Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Auf seiner zweiten Staffel von House of the Dragon an. Acht Wochen später sitzen wir nun hier mit einem Staffelfinale, was durchaus die Gemüter spaltet. Aber wir sind natürlich nicht nur ich. Hi, ich bin der Dom. Ja, der Ese nennt sich hier zuerst. Sondern hier sind auch Stimmen zugegen, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört haben werdet. Oder vielleicht eine habt ihr vielleicht gehört, wenn ihr den Tele-Stammtisch verfolgt. Und euch dann vielleicht auch gefragt habt, warum ist das Ganze hier eigentlich so eine Sausage-Party? Und die Antwort kann sie vielleicht nicht darauf geben, aber sie ist trotzdem herzlich willkommen. Aloha an Melanie. Hallo. Ja, vom YouTube-Kanal Melanie Carly. Muss ich das eigentlich noch bewerben? Du bist ja schon eine ganze Weile bei uns, ne? Ja. Du hast, glaube ich, mehr Filme besprochen dieses Jahr als ich, könnte ich mir vorstellen. Oder auf jeden Fall mehr Blockbuster. Naja, jetzt hast du es von den Stunden her, hast du es jetzt wieder gut gemacht mit der Folgenbesprechung hier. Mit den ganzen. Ja, ich glaube auch mit dem Recap, was fast vier Stunden geht, wird mir auch so schnell keiner was können, was so generell Rekorde beim Tele-Stammtisch angeht. Aber ja gut. Wir haben aber auch noch eine andere Neuerung hierbei, nämlich jemanden, den ihr hier noch gar nicht zu hören bekommen habt. Weder bei House of the Dragon noch sonst wo. Er hat allerdings schon relativ viel von uns gehört und gibt hier nun sein Podcast-Debüt und damit gebe ich über an Valentin. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Fire and Blood. Hallo. Ja, direkt eine Motto-Begrüßung. So muss das sein. Sicher doch, klar. Ja. Ja, freut mich sehr, dass es bei dir jetzt geklappt hat. Mich auch, mich auch. Wir hatten ja so ein klein wenig Hickhack. Du wolltest ja, ich glaube, ich hatte dich auch gegrüßt in dem Podcast. Stimmt, ja. Die Abschlussbesprechung zu The Ecolight. Richtig. Aber jetzt hast du mir leider, wenn ich da direkt reingrätschen darf, leider schon total den Wortwitz versaut, an dem ich, seit wir diese Aufnahme zu The Ecolight geplant hatten und nachdem sie dann halt bei mir leider fehlgeschlagen ist, den hast du mir jetzt versaut. Weil ich wollte mich dann schon ein bisschen so ankündigen jetzt als The Guest Who Never Was. Ja, aber dann habe ich das jetzt noch nachgereicht, eben schnell. Wow. Das finde ich klasse. Wenn du bis zum Ende hier durchhältst, dann schneide ich es vielleicht sogar oben mal schauen. Okay. Nee, ich bin froh, dass es jetzt wirklich geklappt hat. Vor allem jetzt bei dir, Melanie, du wolltest ja eigentlich auch in den Recaps dabei sein und dann hat es zeitlich nicht hingehauen. Und ja gut, mit den Screenern ist das halt auch immer ein bisschen Hickhack, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich den Dreieinhalb-Stunden-Brecher überlebt hätte. Ähm, ja gut, fair. Das, also das, das ist nicht der Grund, warum das hier zur Sausage-Party wurde, sondern einfach, ja, eben aus Zeitgründen. Also ursprünglich waren ja eigentlich noch einige KollegInnen geplant, namentlich MJ und ich glaube, ja gut, Theresia war Backup und du natürlich. Und deshalb würde ich sagen, Ladies first, Melanie, Team Grün oder Team Schwarz? Also dazu habe ich eine ganz eindeutige Meinung. Okay. Und zwar natürlich Team Schwarz. Das war eine rhetorische Frage, ich weiß. Ja. Nee, weil ich, ich frage mich wirklich, wer beantwortet das denn mit Grün? Ich habe die ganze Zeit die Promo gesehen und ich habe mich wirklich gefragt, wer stellt sich denn hier hin und sagt wirklich Grün? Ja, ist eine gute Frage, wobei ich sagen würde, dass Team Grün schon die interessanteren Figuren zu bieten hat, die hier auch gegenüber der Vorlage sehr viel Menschlichkeit abbekommen. Aber Lirum, Larum, Valentin, wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich bin insofern natürlich schon etwas beeinflusst, als dass Grün einfach meine Lieblingsfarbe ist und Schwarz ist noch nicht mal eine Farbe, soweit ich das richtig im Kopf habe. Insofern macht das natürlich vielleicht schon ein bisschen was aus. Schließlich muss ich aber sagen, mit Hinblick auf die Charaktere, die wir dort in diesen beiden Parteien erleben, muss ich sagen, sowohl als auch. Och, ich kann mich da, ich kann mich da einfach nicht festlegen, weil was wäre denn jetzt auch, wenn es das eine Team gäbe und das andere nicht? So muss man das ja immer auch ein bisschen betrachten. Wenn man sich die einen jetzt wegdenken würde, wäre dann die Story überhaupt noch so spannend? Nein, wahrscheinlich nicht. Und so sehe ich da bei beiden Parteien eine Menge cooler Charaktere, viel Potenzial innerhalb der politischen Strukturen, der Psychen der jeweiligen Charaktere. Also ich finde, es ergänzt sich einfach wunderbar, Schwarz und Grün. Diese Serie ist ja praktisch so eine Art Song of Black and Green für mich und das funktioniert für mich einfach richtig gut. Da kann ich mich jetzt nicht so explizit festlegen. Ich finde, das ist eine zufriedenstellende Antwort. Dankeschön. Da gehe ich sogar auch mit. Nennen wir es so. Ah ja. Du, Melanie hängt sich direkt dran. Also ich schlag ja hier ganz bewusst den Bogen zu dem ersten Precast, den ich ja mit dem lieben Kollegen Paul gemacht hatte. Schöne Grüße. Wo wir ja auch so am Überlegen waren, dieses ganze Marketing, so choose your side etc. Und da wäre ich auch noch so Team Grün, äh, äh, Team Schwarz gewesen. Ja, komm jetzt. Also da habe ich, da habe ich, ja, ja, Alicons Badeferien haben alles geändert. Nein, ähm, äh, also da, da war ich auch noch so Team Schwarz und jetzt muss ich mittlerweile sagen, äh, auch frei nach dem, was wir, äh, im Recap meinten, also, äh, Paolo, meine Wenigkeit zur fünften Folge. Äh, ich bin, glaube ich, mittlerweile Team kein Team. Und ich finde auch, dass Team Schwarz durchaus hier einige Grautöne mittlerweile bekommen hat, die man auch vielleicht gar nicht so wahrnehmen kann. Ähnlich wie auch früher schon bei, äh, Daenerys, äh, Targaryen. Mhm. Bevor wir jetzt aber hier noch weiter reingehen, an euch da draußen ein kleiner Disclaimer. Äh, das hier ist ja ein Staffel-Recap. Und, äh, wie der Name sagt, wir, äh, lassen hier insgesamt noch mal die zweite Staffel von House of the Dragon, äh, Revue passieren. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, macht jetzt also besser aus, weil hier wird gnadenlos alles weggespoilert. Ohne Erbarmen oder irgendeinen Blick zurück. Und, äh, ich spreche auch mal ganz vorsorglich eine Spoilerwarnung daher aus, nicht nur für die zweite Staffel, sondern auch für die erste und womöglich sogar für Game of Thrones. Und es lässt sich nicht vermeiden. Aber da wir dazu kommen, klärt mich doch mal auf, äh, wie ihr überhaupt so generell zu Game of Thrones, House of the Dragon und dem ganzen Kladderadat steht. Und, äh, da macht der Valentin diesmal den Anfang. Gerne. Es war das ferne, ferne Jahr 2019. Da ging ich noch zur Schule, da hatte ich noch ein relativ normales Leben. Jetzt, wo ich im Studium bin, hat man mir als erstes, als erste Lektion beigebracht, sie werden nie wieder ganz normal denken können. Und ich bekam um mich herum so den Eindruck, oh, da gibt es diese eine Serie, die läuft jetzt auf ihre achte und finale Staffel hinaus. Und das ist so das Ding des Jahres. Also ich kann mich wirklich noch an Kurse erinnern, da wurde mehr über die Serie Game of Thrones gesprochen, als über den Inhalt des Unterrichts. Der aber natürlich auch nicht immer so wahnsinnig prickelnd war in der zehnten Klasse. Jedenfalls, die Serie ging dann zu ihrem Staffelfinale über und ich dachte mir, ja, mal sehen, was es damit so auf sich hat. Schau's da mal rein. Woher denn auch diese ganze Aufregung rührt, die es ja auch im Zuge rund um Staffel 8 gab. Also irgendwie scheint das ja wirklich ein großes, aber vielleicht auch ein bisschen ein kontroverses Ding zu sein. Dann habe ich sie also, ich meine, das war so um Weihnachten rum, da hatte ich schön viel Zeit, angefangen und mich direkt verliebt in diese Welt. Also wirklich, ich war hin und weg schon von diesem Intro. Ich habe, glaube ich, es gibt nur wenige Intros, die mich so sehr direkt in eine Serie ziehen, wie das Game of Thrones Intro. Was dir sofort einzelne Schauplätze zeigt, so ein bisschen, nicht unbedingt die Charaktere, aber die Häuser dann schon etwas vorstellt. Und ach, diese wunderbare Musik, das ist, ich könnte da jetzt ellenlang noch drüber schwärmen, ohne wirklich was Nennenswertes dazu zu sagen. Denn hoffentlich hat die Mehrheit der Zuhörerinnen und Zuhörer hier Game of Thrones auch gesehen. Jedenfalls, ich habe sie dann gesehen, bin auch zur besagten achten Staffel gelangt und, ja, dann konnte ich verstehen, woher die ganze Aufregung rührte. Denn es war ja ein Finale, was an vielen Stellen schon sehr überhastet daherkam, was versucht hat, nach besten Möglichkeiten die losen Enden zusammenzuführen, aber, ja, wirklich doch sehr überhastet daherkam. Und nicht wirklich die Versprechen, die die vorherigen Staffeln angeteasert haben, dann erfüllt hat. Und insofern, ich habe Game of Thrones wirklich immer noch als eine meiner Top-Lieblingsserien im Herzen, trotz der achten Staffel, die, ja, nicht der allerwürdigste Abschluss war dieser Story. Aber, ja, ich bin einfach nur hin und weg von Game of Thrones gewesen, schon immer, seit ich sie dann gesehen habe. Und mit House of the Dragon, als diese Serie nun angekündigt wurde, was ist es jetzt her, zwei oder drei Jahre schon? So roundabout, muss ich sagen, war ich erst ziemlich skeptisch, weil, ja, ich muss vorsichtig sein, was ich jetzt sage, aber die Targaryens, mit denen war ich in Game of Thrones nie ganz so grün, muss ich sagen. Das ist jetzt, grün ist jetzt natürlich ein Wortspiel. Ja, so ein bisschen, ja. Nee, aber ich muss sagen, Daenerys fand ich als Charakter innerhalb der ersten und zweiten Staffel noch wirklich sehr vielversprechend. Spannend und wirklich toll. Eine starke weibliche Figur, die, wo du merkst, da ist viel zu erzählen. Emilia Clarke, finde ich, hat das auch wunderbar gespielt. Da gibt es gar nichts groß zu meckern. Nur dann schon in der dritten, vierten und halt eben den kommenden Staffel bis zur achten Staffel, muss ich sagen, hat sie für mich dann doch einiges auch dort schon an Sympathie eingebüßt. Weil ich fand sie stellenweise sehr unvernünftig agierend, sehr impulsiv, sehr, ja, nicht so logisch und rational und an vielen Stellen auch nicht so wahnsinnig empathisch. Das hat sie für mich dann tatsächlich noch vor der achten Staffel, wo ja dann einiges mit ihrem Charakter so gemacht wurde, nicht mehr ganz so sympathisch gemacht. Und da sie ja so ziemlich die einzige Vertreterin dann des Hauses Targaryen war, war ich so ein bisschen skeptisch. Was wollen sie denn jetzt mit den Targaryens da erzählen? So, auf die Drachen habe ich mich natürlich gefreut. Ganz klar, wer mag denn keine Drachen? Hallo. Aber da war ich so ein bisschen, ja, ich hoffe, da können sie jetzt dieses Haus, was mich in Game of Thrones nicht so wahnsinnig gekriegt hat, dem können sie jetzt ein bisschen Fleisch, Blut, ein bisschen Seele verleihen. Und ich würde sagen, erste Staffel hat das für mich absolut grandios gemacht, in vielen Teilen, nahezu allen. Fand ich wieder richtig schön, dass es so ein bisschen back to the roots ging, in Richtung ersten Staffeln Game of Thrones mit Intrigen, mit dieser höfischen Atmosphäre. Es spielt ja zu weiten Teilen nur in King's Landing, die erste Staffel und hat mich total gekriegt. Also ich bin Fan, kann ich nur sagen. Zu den Büchern habe ich bisher noch leider keine Beziehung aufgebaut, also ich habe sie, ich habe keines der Bücher bisher gelesen. Möchte ich dieses Jahr unbedingt noch ändern, spätestens nachdem ich den zweiten Teil einer gewissen Dark-Fantasy-Vampir-Reihe beendet habe. Melanie weiß nicht, wovon ich rehe. Ja, ich muss den auch noch holen. House of Night oder was? Nee, Empire of the Vampire. Ich liebe den Namen, weil er sich sogar reibt. Empire of the Vampire, ja gut, okay, zumindest Marketing schauglich, ja. Melanie, kommen wir mal zu dir. Ich weiß ja von deinem YouTube-Kanal, dass du so ein bisschen, ich glaube, das war doch irgendwie ein Q&A, wo du irgendwie nach Lieblingsserien, was auch immer, gefragt wurdest. Und da hattest du dann Game of Thrones erwähnt und dann direkt welche in den Kommentaren, die wurde am Ende voll scheiße. Du bist da ein bisschen positiver gestimmt? Ja, ich sag mal so, also ich hab Game of Thrones auch nachgeschaut. Ich hab Game of Thrones auch nicht geguckt, wo es lief. Ich hab's, glaube ich, vor vier bis drei Jahren hab ich Game of Thrones das erste Mal komplett gesehen. Ja, also ich liebe Game of Thrones eigentlich auch. Es gehört auf jeden Fall für mich zu einer meiner Top-Serien. Und das Finale, ich glaube, ich bin dem ein bisschen versöhnlicher gestimmt. Also ich glaube, es ist bei mir so, dass das Finale für mich jetzt nicht die Serie kaputt gemacht hat. Weil ich weiß, viele, die können gar nicht mehr richtig gut über Game of Thrones sprechen, weil das Finale so viel für die kaputt gemacht hat. Ich kann's natürlich verstehen, weil ein Finale von einer Serie ist sehr wichtig. Da geht's ja auch sehr viel darum, wie Geschichten und Charaktere auserzählt werden. Deshalb kann ich natürlich auf jeden Fall die Missgunst verstehen. Und wie gesagt, ich finde, oder nicht wie gesagt, ich hab's noch nicht gesagt. Ich finde auch, dass es nicht immer und auch nicht bei jeder Figur passend oder, beziehungsweise man hatte eine andere Erwartung, was jetzt geschehen würde. Und dann war es irgendwie so ein bisschen, ne? Und ich finde auch, Daenerys hätte man besser machen können. Aber ja, wie gesagt, ich finde, das Finale hat für mich aber jetzt nicht die Serie kaputt gemacht. Also ich kann wirklich immer noch positiv über Game of Thrones sprechen und mich hier hinstellen und sagen, ja, Game of Thrones ist einer meiner Lieblingsserien. Weil ich kann nicht das ausblenden, was die Serie davor sieben Staffeln lang gemacht hat. Und ich finde, das ist halt einfach, das ist Peak-Fernsehen einfach so. Also Peak, eine Fernsehsendung so. Und auch auf dem Level, auf der Qualität, ne? Auch etwas, was zuvor vielleicht auch noch nie in dieser Art und Weise da war. Und House of the Dragon jetzt, ne? Habe ich damals dann auch direkt zu Release geguckt. Und muss sagen, ich liebe House of the Dragon. Also ich mag einfach so ein bisschen, ne? Du hast ja schon mal so gesagt, dass es auch so ein bisschen in so eine Soap-Richtung auch manchmal geht. Und ich mag das, muss ich sagen. Also ich finde das einfach super interessant. Ich mag einfach sehr diese Charakterbeziehungen. Ich mag auch diesen engen Raum, wie Valentin gerade erwähnt hat, weil das Ganze ja wirklich eigentlich fast nur an einer Location spielt. Ich mag das einfach so gern. Ich finde es so unterhaltsam. Und ich liebe die Figuren. Und ich mag diese Intrigen. Es ist wirklich sehr politisch. Es geht wirklich sehr viel um diese politischen Intrigen. Und wer hier die Macht hat und sowas. Es ist einfach wirklich dieses Spiel. Ja, ich muss auch sagen, jede Folge ist für mich wirklich absolut unterhaltsam gewesen. Ich habe die jetzt nochmal in My Rewatched extra. Und das war auch bitter nötig, weil ich habe so vieles vergessen. Und ich habe es wirklich nochmal gesehen und war ein zweites Mal überrascht, wo ich es nochmal gesehen habe. Es ist wirklich absolut unterhaltsam. Jede Folge hat auch wirklich einen Knall. Jede Folge ist einfach ziemlich gut gewesen. Und da können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, wie das jetzt in Staffel 2 so gekommen ist. Eine Überleitung. Ganz subtil. Das ist mein Wort zum Sonntag. Okay, ja, das klingt doch schon mal gut. Ja gut, ich muss mich hier wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, was Game of Thrones angeht oder House of the Dragon. Ich gucke gerade auf dein Profilbild hier bei Discord. Ja, genau. Es ist unübersehbar. Auf ein ganz subtiler Hinweis. Ein ganz subtiler. Ja, ja. Ein Lannister begleicht stets seine Schulden. Denk dran. Ja, Staffel 2 ist ja heiß erwartet worden. Man musste ja auch zwei Jahre warten. Also Melanie, du hast ja gerade schon erwähnt, man braucht den Rewatch. Ja, man braucht ihn auf jeden Fall. Allein wegen den ganzen Charakteren. Es sind schon viele Charaktere. Ja, und es sind auch noch sehr, sehr viele da nach Staffel 1. Und die ganze Erzählweise hat sich ja auch einfach geändert. Also Ryan Condell, der Showrunner, hat es ja auch mal im Interview gesagt, dass die erste Staffel wirklich so, ja, halsbrecherisch war. Also Rhaenyra musste halt groß werden, musste erwachsen werden, musste Kinder kriegen und so weiter und so fort. Und viele waren ja auch genervt von den Zeitsprüngen. Das kann ich, ich finde, das kann ich so gar nicht nachvollziehen irgendwie. Ich auch nicht. Ich fand das sehr, 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 einen sehr smoothen Übergang, so von ihrer Jugend zu ihrer Erwachsenenzeit. Man musste sich halt erst mal dran gewöhnen und so ein bisschen orientieren. Aber das kam ja dann immer innerhalb der Folge, ist das passiert. Ja, es mussten sich, ich weiß noch, also ich habe es hier damals bei den Kollegen wahrgenommen und jetzt auch bei dieser Staffel wieder. Viele sind jetzt eigentlich mit der zweiten Staffel wirklich erst bei Emma Darcy als Rhaenyra angekommen. Also einige haben wirklich so Millie Erfrock hinterher getrauert und haben dann auch sich sehr über ihren Kameo hier gefreut. Ja, ja. Sie war ja auch fantastisch in der Rolle. Ich finde beide absolut großartig. Aber beide, ja. Also wobei ich sagen muss, Emma Darcy ist, glaube ich, die Entdeckung in dieser Serie hier, weil die kannte man ja vorher wirklich überhaupt noch nicht. Und Olivia Cooke hat man ja irgendwie vorher schon mal gesehen, weiß ich nicht. Ready Player One oder auch Bates Motel früher. In Ready Player One war sie dabei. Ja, da hat sie dieses Mädchen gespielt. Genau, da ist sie das Nerd Girl, was irgendwie dem irgendwie peinlich ist, rauszugehen, nur weil es irgendwie ein Mutter mal. Ja, ja. Und dann, ach, ich bin ach so hässlich. Und dann denkt man sich so, ey, komm, Mädchen. Ja, ich meine, ich erinnere mich ganz gut. Man hört zwar schon raus, ihr seid aus Staffel 1 sehr positiv rausgegangen. Was hattet ihr denn dann jetzt so bei der zweiten erwartet? Weil es war ja wirklich so die Ankündigung, also auch bei vielen der Kollegen bei mir hier im Recap, die erste Staffel ist so Aufbau und fast ein bisschen, also hat so einen gewissen Geschichtsbuchcharakter, was natürlich auch an der Vorlage liegt. Aber in Staffel 2 würde es dann jetzt wirklich in die Vollen gehen, wenn auch nur mit acht Episoden. Was, ich meine, ihr kennt ja die Vorlage nicht. Und Melanie, ich weiß, du hast dich ja auch aus unserer Discord-Gruppe tunlichst ferngehalten vor Spoilern. Was hattest du denn jetzt so erwartet in Staffel 2? Äh, tatsächlich ein bisschen was anderes als das, was ich bekommen habe. Okay. Also ich dachte tatsächlich, es würde jetzt mehr losgehen. Es würde jetzt mehr an die Gurgel gehen. Das habe ich gedacht. Allein auch wegen dem Marketing so ein bisschen. Ich dachte, jetzt wird es. Also ich meine, es ist passiert. Es ist schon passiert. Das kann man jetzt natürlich nicht abstreiten. Aber ich dachte auf jeden Fall, dass es mehr actionreicher sein wird. Ja, hatten viele wahrscheinlich gedacht, auch bedingt durch die Trailer und so. Wobei, Andy Gurgel fand ich jetzt sehr lustig gerade, weil ... Wieder ein nices Wort. Genau, es geht ja leider noch nicht dahin in dieser Staffel, obwohl ich das eigentlich gedacht hatte. Also ich habe mich von den Trailern auch ein bisschen täuschen lassen. Dachte mir so, Corliss und Ali, die sitzen da in voller Rüstung. Also da wird doch noch irgendwas sein und dann ... To be continued. Ja, habe ich es auch noch mal letztens auf TikTok gesehen aus bekannten Gründen. Genau, und dann to be continued, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was viele spaltet bei dieser Staffel. Dass sie zum einen verkürzt ist und dass sie zum anderen auch, ja, vielleicht zum Ende hin auch nicht so einen richtigen Höhepunkt erreicht hat. Aber Stichwort Höhepunkt, habt ihr denn so ein wirklich großes Highlight dieser Staffel? Das mutet jetzt ein bisschen widersprüchlich an. Aber für mich waren ... Es gab zwei wirkliche Höhepunkte, die ich empfunden habe. Und das wären einmal das Ende von Folge 3 und das Ende von eben Folge 8. Ja, doch. Okay. Können wir noch mal beschreiben, was genau Ende Folge 3 passiert ist? Rhaenyra und Alicent treffen sich dann wieder. Stimmt. In der Sept und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Oder zumindest Rhaenyra versucht das. Aber es will ihr nicht so richtig gelingen. Und jetzt in Folge 8 fand ich es erstmal sehr schön, die Rollen sind hier komplett umgekehrt. Jetzt ist Alicent auf einmal diejenige, die Hilfe ersucht. Die versucht irgendwie einen Frieden zu arrangieren. Oder die zumindest sagt, weißt du was, scheiß mal auf die Krone und das alles hier. Ich will einfach nur mit den Kindern, mit denen ich gut umgehen kann. Also im Wesentlichen nur Helena. Habt ihr das Meme davon gesehen? Nee. Es gibt so ein geiles Meme davon, so meine Lieblingskinder. Und dann ist so ein Bild von Helena so riesig. Und Aegon und Ammon sind so richtig mini daneben. Und Daron gibt's da noch nicht. Ja, ich glaub, der ist sogar auch so mini daneben. Okay, weil der ist ja nicht mal gecastet bisher. Nee. Naja, jedenfalls, ich finde einfach, das was diese Serie so reizvoll macht, ist die Dynamik zwischen Rhaenyra und Alicent. Die das Ganze ja eben auch losgetreten hat, diesen ganzen großen Konflikt. Ohne die beiden wäre vielleicht noch alles gut, wer weiß, who knows. Und als diese beiden dann eben jetzt in Folge 3 und Folge 8 wieder aufeinandertraben, das hat mich richtig begeistert. Weil du merkst diese Emotionen und die ganze Geschichte, die die beiden schon durchlebt haben miteinander. Früher waren sie eigentlich noch richtige Freundinnen und dann hat sich das alles, dieses ganze machtpolitische Gefüge, hat sie auseinandergerissen. Was dort ihr Vater, ihre beiden Väter so für Spielchen miteinander gespielt haben. Und jetzt sind sie halt zu Frauen geworden, die versuchen das Beste daraus zu machen, aber beide nicht auf einen Nenner kommen wollen. Die beide dann ihre Kinder in den Krieg schicken müssen, weil sie ja auch eben Drachenreiter sind und das gebietet ja nun mal die Logik, dass Drachen auch einen Drachenreiter brauchen. Aber du merkst, damit fühlen die sich beide nicht wohl und am liebsten hätten die diese Situation ja gar nicht. Da ging es für mich am meisten in der Serie um was. Das hat für mich die Serie nochmal auf ihren Kern richtig schön zurückgeführt. Und dann weiß ich noch, die Musik am Ende von Folge 3, wenn ihr die noch so im Kopf habt, fand ich exzellent. Die Musik ist so gut. Die wird auch nochmal aufgegriffen am Ende von Folge 8 dann. Das schließt dann Ramin Javadi so den Bogen. Generell Ramin Javadi. Ich hoffe, dass er auch die Hedge-Night-Serie machen wird, die nächstes Jahr kommen soll, weil ich kann mir Westeros nicht ohne Ramin Javadi vorstellen. Das geht gar nicht. Aber Melanie, wie sieht es denn bei dir aus mit Highlights? Ich finde auf jeden Fall, was Valentin gerade gesagt hat, absolut richtig. Also ich finde wirklich, das wollte ich nämlich auch sagen, ich liebe, liebe die Momente zwischen Alicent und Rhaenyra. Ich liebe das einfach. Ich liebe diese Gespräche, weil du merkst wirklich auch richtig, auch was die Schauspieler nochmal rausholen, die Schauspielerinnen, für Emotionen. Also du merkst einfach richtig, Rhaenyra hat auch direkt Tränen in den Augen, wenn die beiden einfach nur miteinander ein Gespräch führen, weil es da um so viel geht. Und ich glaube, irgendwie in deren Gedanken ist auch dieser Gedanke, wenn wir in einem anderen leben, da werden wir wirklich quasi so Seelenverwandte als Freundinnen. Und das ist so ein trauriger Gedanke. Da merkt man einfach, das ist so ein super emotionales Thema. Und wie gesagt, das ist halt einfach der Kern des ganzen Konfliktes, der Kern auch, was in Staffel 1 alles passiert ist. Und ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich denke für mich, die Highlights, also meine persönlichen, sind wahrscheinlich einfach ziemlich, ziemlich offensichtlich, würde ich sagen. Okay. Also es hat was mit Drachen, mit drei Drachen zu tun, die aufeinandertreffen. Okay. Ich stehe auf dem Schlauch jetzt. Ich weiß nicht, was du meinst. Was war da? Wo, wo? Hier geht es um Drachen? Okay, okay. Ja, also da waren so drei Drachen, die und einer ist ziemlich groß und dann treffen die aufeinander. Und boah, ich finde ja eh immer, wenn Varga da ist, da kriege ich, ich habe eh immer, wenn ich so riesige Objekte sehe, da habe ich immer so ein ganz mummiges Gefühl in meinem Magen. Wenn ich Varga sehe, dann ist das auf jeden Fall so. Und erst recht hier bei Folge 4. Und den Drachen so gruselig. Ja, eben. Also ich muss sagen, diese ganze Szene ist auf jeden Fall ein riesiges Highlight, auch wenn man nochmal sieht, was für eine Zerstörung die Drachen auch anrichten. Und jetzt nur auf so einem Schauplatz wie so ein Schlachtfeld, nicht direkt eine Stadt, wo ganz viele Zivilisten auch sind. Was wir ja schon kennen. Ja, genau. Und dann halt eben auch noch in Kombination mit Renis und was Aemond da macht und dann ist man wieder so, ach Mensch, Aemond. Aber es war so klar, es war so offensichtlich. Ja. Und ansonsten würde ich vielleicht noch als mal ein anderes Highlight sagen. Auf jeden Fall hatte ich komplett Gänsehaut. Gänsehaut, der Moment Folge 8, definitiv auch der beste Moment der Folge, unter anderem natürlich auch mit dem Gespräch von den beiden. Daemon, wie er dann die Entscheidung trifft, was seinen Charakter angeht und was seine Entwicklung jetzt angeht. Das war richtig schön zu sehen einfach. Du meinst das, wo er vor Rhaenyra niederkniet. Du meinst jetzt nicht die Nummer mit dem Baum. Ja, das, was ich die... Okay. Nein, nee. Das war für mich, also da, wo er niederkniet, war für mich das, was ich die ganze Zeit wollte, wofür ich gebetet habe, jede Nacht vorm Schlafen gehen. Zu den alten oder zu den neuen Göttern? Zu beiden. So, sicher, sicher. Ja, sicher, sicher. Sieben Höllen. Sieben Höllen, ja. Gut, ihr habt jetzt schon relativ die Highlights abgegrast, wobei ich da noch Folge 7 in den Raum werfen will. Die Samensaat. Und, äh, das war schon, wow, das war so, glaube ich, echt das, also da dachte man sich doch wirklich, das müsste House of the Dragon eigentlich wirklich öfters ausspielen, ne, solche Events. Schon, ja. Also, da wurden ja auch wirklich auch Rhaenyra durchaus Grauschattierungen zugefügt, was ich auch ein bisschen seltsam fand, dass da kaum jemand drüber gesprochen hat. Ich meine, die stellt die wirklich diese ganzen Bastarde dahin und dann wirklich so, holt diesen Drachen da so, ja, wer will jetzt als erstes? Ja, ich bin dann jetzt weg, ich gucke mir das sicher von meinem Balkon aus an und, oh, die wachen halt neulich fest. Also, das war auch so, mhm. Ja, da kann man später nochmal drauf kommen, weil ich finde, wie gesagt, dass Rhaenyra durchaus ambivalenter geworden ist in dieser Staffel. Man muss nur mal so ein bisschen mehr zwischen den Zeilen lesen bei ihr. Aber Lirum Larrum, für mich war eines der Highlights direkt am Anfang, denn ich hatte ja das Privileg, eigentlich jede Folge vorab zu sehen. Also, die ersten vier Folgen haben wir ja, ich glaube, fast einen Monat oder nee, nee, nicht einen Monat vorher, aber wir haben die vierte Folge, glaube ich, schon gehabt, bevor überhaupt die erste ausgestrahlt wurde. Also, wir haben diese Screener relativ spät abends bekommen. Dann mache ich die an und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich liebe, ich liebe, liebe, liebe dieses neue Intro. Also, das von der ersten Staffel, das war ja auch schon, das war auch schon gut, das war aber ein bisschen zu dunkel und es war zu konfus. Vor allem für Leute, die wirklich so gar nicht die Vorlage kennen auch. Ich meine, es hat sich natürlich auch entwickelt, aber das hier ist, wow, das ist, das hier ist ein Intro für eine Targaryen-Serie. Diese Idee alleine, das mit einem Wandteppich zu visualisieren, der sich selber webt, also auch einfach eine schöne Verbindung zu Helena auch, die ja auch so Stickereien hatte in der ersten Staffel und es ist ja auch so prophetisch irgendwo. Das hat mich wirklich, das hat mich so kalt erwischt an dem Abend. Ich habe mir das vier- oder fünfmal habe ich mir das angesehen und erst mal so geguckt, so die ganzen Details, also natürlich auch fürs Recap, ne? Ja, Frage, ist da nicht sehr viel Foreshadowing noch drin? Nein, bei der ersten Folge glaube ich noch nicht so wirklich. Gar nicht? Ich glaube, da wird ja erst mal nur das von der ersten Staffel noch mal so zusammengefasst, dass man dort alles nochmal sieht, was schon bisher geschehen ist. Und dann in den weiteren Folgen wird auf die vorherigen Folgen dann nochmal Bezug genommen, dass man ja dann die Rattenfänger sieht und so weiter. Also es ist rückwirkend, ne? Aber das am Anfang ist tatsächlich, bis auf den Thaisammelmal, der sich dann irgendwann wandelt, ne? Also da ist ja dann irgendwann hier Jaehaerys, ne? Und da werden dann die Rattenfänger dran aufgehangen auf dem Pfaden. Ja. Bis auf das ist das vorher alles Targaryen-Historia. Also da sehen wir ja wirklich den Untergang des alten Valyria. Wir sehen also zwei Vorgängerkönige von Viserys und die ganzen Entwicklungen. Und ach, es ist pure Lore, wirklich. Es ist so großartig. Und auch wie sie das halt auch symbolisch einfallen. Da kann ich auch mal was bringen. In dem Vorspann ist ja unter anderem auch die Hochzeit dort zu sehen aus der fünften Episode. Und was ich da so großartig finde, du hast ja auf der einen Seite, also es ist ja doch da, wo Alison dieses grüne Kleid trägt. Die stehen sich da gegenüber auf diesem, ich sag jetzt einfach mal Mosaik von der Hochzeit. Und während bei Rhaenyra eine rote Linie fließt, wird bei Alison so eine, die wird halt so gestickt auf diesem Wandteppich. Und da merkst du halt richtig, das eine ist wirklich im Blut verbunden und das andere ist praktisch nur künstlich hergestellt, ne? Ah ja. An der Stelle. Also unnatürlich oder simuliert, ne? Genau, durch Heirat. Und ah, das sind so großartige Details. Also ich kann da auch wirklich nur den ersten Recap-Cast von Cinema Strikes Back empfehlen zur ersten Episode. Also hier ein Sohn für einen Sohn, die da wirklich über den Vorspann, glaube ich, allein eine halbe Stunde reden. Also da sind so viele tolle Details, unfassbar. Ich fand jedes Mal beim Schauen, muss ich sagen, die Stelle dann fies nach der ersten Folge, wo es dann ja eben geschieht. Aber jedes Mal fand ich die Stelle fies, wo man dann den Jungen sieht, wie dann da diese Schnur, dieses, ja, durch seinen Hals geht. Und dann breitet sich da so ein bisschen das Blut aus. Da habe ich jedes Mal, habe ich so ein bisschen so ein unwohles Gefühl gehabt. Also das haben sie auch richtig gut hinbekommen. Da haben wir aber auch eigentlich die perfekte Überleitung jetzt eigentlich, weil Jaehaerys ist das Stichwort. Das wurde ja groß versprochen irgendwie auch, ne? Nach Staffel 1. Also ja gut, ich kann mich erinnern, ich habe hier viele meiner Kollegen im Recap angeteasert, dass da ein ordentlicher Schlag in die Magengrube bevorsteht zu Beginn von Staffel 2. Ich dachte ja damals, dass es noch in Staffel 1 kommen würde und war dann erst so ein bisschen enttäuscht. Dann dachte ich mir so, okay, gut, sie sparen sich das auf, weil das wird halt echt, das wird schon ein kleiner Hammer. Und es war ja auch großartig zu hören, ja, das könnte noch die rote Hochzeit so in den Schatten stellen. Ihr wusstet ja zum einen nicht, was kommt. Überhaupt nicht. Also habt ihr dann auch mitbekommen, wie es aufgenommen wurde und dass es dann auch eher so gemischt aufgenommen wurde? Oder wie war das bei euch? So ein wenig, ja. Ich habe natürlich mitbekommen, dass es von der Buchvorlage abweicht. Was dort, Blood and Cheese, noch um einiges grausamer verfahren, auf psychologischer Ebene grausamer, ja auch muss man sagen. Dass sie also Helena dann wählen lassen, welches ihrer Kinder jetzt getötet werden soll und dass sie dann eben dem anderen sagen, ja guck mal, deine Mutter wollte dich auswählen, dass du sterben sollst. Und das ist natürlich schon sehr makaber. Das sagen sie zu einem zweijährigen Jungen wohlgemerkt, ne, an der Stelle, den es hier nicht gibt, der hier noch nicht geboren ist. Der dritte Sohn Maegor, den wählt sie aus und ja, also im Buch heißt es dann auch, sie verliert ihren Verstand eigentlich über dem Tod ihres Sohnes. Also wird sie erst ab dem Punkt so ein bisschen, na, ich will nicht sagen crazy, aber nicht ganz so leicht durchschaubar oder war sie auch im Buch schon immer so ein wenig fragwürdig von dem Verhalten her? Im Buch ist das schwer zu sagen, weil das Buch ist ja, ich weiß gar nicht, Melanie, ob du das so auf dem Schirm hast, aber das Buch, das ist ja kein wirklicher Roman, das ist ja ein fiktiver Geschichtsbericht. So chronikenmäßig, ne? Genau, richtig, das ist eine Chronik, also Feuer und Blut ist eine generelle Targaryen-Chronik und der Teil zum Tanz der Drachen, der setzt sich vor allem zusammen aus gewissen Quellen, die sich andauernd widersprechen, die auch gern mal übertreiben, insbesondere der Hofner-Pilz, was immer sehr amüsant ist. Super Name. Und ja, wirklich, das ist so ein Kleinwüchsiger, der ein Hofner ist und der aber sehr, sehr viel mehr von allem mitbekommt, als man denken würde. Und also feine Lords und Ladies halten sich auch nicht zurück in dessen Gegenwart, weil sie denken, der ist eh schwachsinnig und naja, man kann Leute ja auch unterschätzen, wie man einen Lord Laris beispielsweise sieht. Ja, da dachte ich gerade direkt dran. Ja, aber unabhängig jetzt davon, da hast du halt nicht viel Innenleben der Figuren, ne? Also da sind das im Grunde genommen auch keine wirklichen Figuren, das sind größtenteils, ich sag jetzt mal ganz böse Plot-Devices. Und also weder Innenleben können die ja wieder geben, noch irgendwelche Sachen, die hier wir hinter verschlossenen Türen erleben, ne? Also Stichwort, die aufeinandertreffen zwischen Rhaenyra und Alicent, die gibt es so in der Vorlage auch nicht. Und wenn, also es kann sie ja gegeben haben, aber es weiß halt keiner was davon. Das ist ja, also diese, diese ganze Welt, das muss man sich immer klar machen, die basiert ja nur auf anekdotischer Wahrheit, ne? Äh, äh, komplett auf die Spitze getrieben, als, äh, in der, also fand ich sehr amüsant, als, äh, Laris wissen will, äh, wovon jetzt die Information stand hier mit, äh, Seerauch und Adam. Ach ja. Und wo ihm dann Iron Rod irgendwie erzählt, ja, ich hab das von meinem Knappen und der hat das von dem Stallknecht und der wiederum hat das von seinem Vater, der auf dem Schiff da anheuert und dessen Kamerad will das gesehen haben. Jo, super. Ja, und, äh, also hier, äh, bestes Beispiel, ähm, das Ende von Staffel 1, der Kampf, äh, zwischen, oder eher die Jagd von, äh, Varga und Aemond auf, äh, Lucerys und seinen Drachen. Keiner kann wissen, was da oben passiert ist in den Wolken, ne? Ja, und die Serie, die löst das dann damit, dass sie das eben, äh, sehr viel eindeutiger inszeniert an der Stelle. Wobei ich das immer sehr schön finde, sie greifen alle möglichen, äh, Elemente aus dem Buch auf, mischen die so zusammen ab und an und fügen dann auch noch was eigenes hinzu. Und hier dann eben natürlich auch so ein gewissen, ja, äh, äh, doch, Gewissenskonflikt bei Aemond, sag ich mal, ne? Bedeutet ja eigentlich, dass die Serie auch die große Aufgabe hat, sehr viel davon zu interpretieren, auch auf eine Weise. So war es ja dann, meine ich, auch mit dem Kampf zwischen Eric und Arik, wo es in der Buchverlage meines Wissens nach auch nicht so klar ist, ja, was ist denn da jetzt eigentlich geschehen? Wer hat dort jetzt wen zuerst umgebracht und haben die kurz vor ihrem Tod vielleicht nochmal ihren Frieden miteinander gefunden? Serie stellt es jetzt sehr, naja, gar nicht mal so eindeutig da, weil du ja während des Kampfes dir schon gar nicht sicher sein sollst. Das, 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 das fiel die Serie ja auch, dass du, dass du verwirrt bist, wer ist jetzt wer und, äh, für wen soll ich jetzt hier routen und für wen nicht? Aber schließlich erkennst du ja, okay, er sagt zu Rhaenyra, your grace. Also war es, hm, ah, jetzt muss ich aufpassen, Eric mit E, nicht wahr? Genau. Genau. Da gibt es auch eine schöne Eselsbrücke übrigens. Man kann sich, äh, merken, Eric für E wie Emma Darcy und Arik, äh, wie Aegon, also auf der anderen Seite, ne? Ja, okay. Aber bringt jetzt eh nicht mehr viel, weil beide sind über den Jordan. Breath of the Peace. Ja. Also im, im, im Podcast hatten wir den Namen der Schauspieler gesehen und das sind ja, glaube ich, auch zwei Brüder, die heißen, also einer heißt irgendwie Elliot, den anderen Namen weiß ich nicht mehr, aber die heißen mit Nachnamen beide Tittensaw tatsächlich. Ja. Ja. Es, ich hab bis jetzt nur zitiert, ja. Ja, äh, ich würd sagen, wir kommen aber nochmal, äh, tatsächlich zurück zu Blut und Käse. Also, ich wusste gar nicht, was das ist. Also, du, du hattest da nichts von gehört? Ich hab die ganze Zeit gehört, dass Leute darüber gesprochen haben, aber ich war die ganze Zeit so, hä, was für Blut und Käse? Mhm. Da war doch weder Blut und Käse zu sehen in der Folge. Wo war der Käse? Ungefähr, ne? Da war ein süßer Hund. Aber wo war der Käse? Der getreten wurde. Ja. Den Hund, den Hund, den es in der Vorlage nicht gibt und wo George R. Martin sich schwarz ärgert, dass er eh nicht reingeschrieben hat. Ist ja auch der beste Charakter der Serie. Ja, vor allem, wie treu ist denn dieser Hund? Ich mein, der taucht ja selbst in Folge fünf oder sechs noch auf. War es wirklich der gleiche? Ich hab mich gefragt, soll das jetzt genau der gleiche Hund sein, wie der, der verstoßen wurde? Okay. Naja, das ist der wirklich. Der sitzt ja da auch vor seinem Herrchen, während der sich von Raben in Einzelteile zerlegen lässt. Ja, Blut und Käse, es ist wirklich so ein kleines Minenfeld, ne? Also George R. Martin, hatte ich ja gerade eben auch schon erwähnt, hat sich ja zur Serie geäußert. Er hat auch sehr, sehr viel gelobt. Aber bei Blut und Käse hat er so geschrieben, ja, da hab ich mehr zu zu sagen und das machen wir dann, wenn's soweit ist. Alles klar. Gut, aber bei George R. Martin weiß man ja nie, wann er seine Versprechen mal einlöst, was er so zu sagen, erzählen, zu schreiben hat. Ja, also das schafft er, glaube ich, genauso wie er es ja auch schafft, hier das Gesicht des Wehrholzbaums zu werden, ne? Was ich ja eine eigentlich perfekte Cameo-Rolle für ihn fand. Aber ja, viele hatten hier halt wirklich einen richtig üblen Knall erwartet. Und ja, ich weiß nicht, Melanie, insbesondere bei dir, weil du das ja wirklich gar nicht auf dem Schirm hattest, hat es bei dir denn emotional schon dann funktioniert? Oder, also wie war's bei dir? Also es war schon schockierend. Es war schon so, what? Und ich dachte mir auch nur, also eigentlich hab ich mich die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass das so riesige Idioten sind, weißt du? Die hatten eine Mission, die hatten einen Auftrag. Und Damon sagt denen extra, der Dude hat kein Auge mehr. Ja. Und er könnte euch, es wird schwierig, ihn zu töten, deshalb am besten sollte er schlafen, weil er halt ein ziemlich guter Schwertkämpfer ist. Und dann gehen die los und ermordt so ein kleines Kind in seinem Bett, wo ich mir so denke, hallo? Seid ihr dämlich oder so? Aber nee, also es war auf jeden Fall schockierend, aber es war jetzt nicht die rote Hochzeit. Ich hab's ja im Recap relativ milde beurteilt tatsächlich. Also ich fand's auch gut, ich fand's vor allem gut inszeniert, ne? Also wie sie's halt, also allein schon dieses Geräusch, ne? Wenn die halt den Kopf abrennen, ne? Man hört noch so ein bisschen den Knochen knacken, hatte ich den Eindruck, dass da jetzt wirklich so abgeht. Das ist, und man muss sich das mal klar machen, die Köpfen da ein praktisch Kind, was nicht mal in der Grundschule ist, gefühlt, ne? Aber die Serie hat es da auch so ein bisschen versäumt, finde ich, weil J. Harris hat man ja vorher nie so richtig gesehen. Und dann gab es zwar diese durchaus amüsante Szene, wo er da im Rad sitzt und mit der Kugel spielt, was ja auch sehr bezeichnend war, weil letzten Endes ist Aegon seinem Sohn ähnlicher in dem Moment, als man glauben möchte. Wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, klar, sicher. Ich hab verschiedene Interpretationen darüber gelesen, wie das dann zu deuten sei, dass dann später Aemond Aegon die Kugel ans Bett gibt. Und für mich ist das eigentlich relativ klar, er möchte ihn natürlich total verspotten. Er möchte ihn nochmal an seinen verstorbenen Sohn erinnern und hier zeigen, guck mal, ja, weißt du noch, wo dein Sohn damit gespielt hat und du noch den Spaß deines Lebens hattest und du ihn aufgefordert hast, hier, Sir Tilland soll doch mal bitte seinen Pony spielen. Ja, und jetzt liegst du hier wie so ein Vitaus Vader auf der Operationsbank und hast gar nichts mehr zu melden. Und dein Sohn ist tot und überhaupt, und schau mich an. Ich hab vielleicht nur noch ein Auge, aber ich hab hier jetzt die Kontrolle dafür. Ja, das wollte ich nur mal so einwerfen noch. Wenn man's ganz böse interpretiert, dann könnte man so, also ich meine, wenn man irgendwie jemanden im Krankenhaus oder so besucht, dann gibt man dem ja auch irgendwie ein Spielzeug oder so oder ein Kind oder so. Und letzten Endes, ne, gibt da eben die Kugel, mit der er früher eigentlich gern gespielt hat im Rad. Und die ja auch so ein bisschen, also Aegon hat ja in diesen Ratssitzungen, hat er das Spiel mit dieser Kugel ja förmlich zur Kunstform erhoben, ne. Aber jetzt nochmal zurück zu Blut und Käse. Wie war's bei dir, Valentin? Hatte das bei dir Impact oder ist das auch so ein bisschen verpufft? Ne, durchaus hatte das bei mir Impact, weil ich es auch wirklich so nicht habe kommen sehen. Und ich mir bis zum Schluss dachte, naja, da wird ja jetzt vielleicht doch noch irgendwie jemand dazwischentreten, vielleicht Sir Kristen Cole oder so und wird denen einhalten. Ne, der war andersweitig bestimmt. Der war, aber der hatte andere Verpflichtungen zu erfüllen, ja. Das ist auch der Grund, warum es keine Wachen gibt, gefühlt. Aber dann habe ich mich dann, kurz bevor es geschehen ist, nochmal erinnert, Moment mal, wir sind hier ja in Westeros. Und in Westeros werden nur selten Gefangene gemacht. Und ja, es wird dann wohl jetzt schon geschehen, was du jetzt gerade dir vorgestellt hast, was geschehen wird. Und dann ist es geschehen und ja, es hat mich schon etwas verstört, muss ich sagen. Ja, durchaus. Und dann war ich auch nicht sonderlich den Tränen nahe, als dann hier, wer ist es dann? Blut wird ja von Aegon dann schön einem mit einem Streitkolben auf die Fresse gegeben. Was auch nochmal so ein bisschen, finde ich, dieser kleine Moment, finde ich, hat Aegon auch nochmal sehr schön charakterisiert. Selbst in diesem Moment des totalen Zorns und der totalen Rage auf diese Menschen, die seinen Sohn umgebracht haben, denkt er immer noch, das mag jetzt vielleicht perfide klingen, aber er denkt selbst da immer noch sehr kurzsichtig. Weil er hat ihn jetzt in seiner Gewalt, Blatt, und könnte alles mit ihm machen, was er will. Er könnte ihn von Larys foltern lassen, bis der Arzt kommt oder eben auch nicht. Und was macht er? Er schlägt ihm einfach nur mit dem Streitkolben die Fresse ein, auf die stumpfeste, brutalste Art geht er vor, wie es halt in der ganzen Serie so seine Art ist. Das fand ich auch nochmal sehr bezeichnend. Aber habe ich dann nicht sehr, fand ich nicht sehr schade, dann noch ein Blatt und auch nicht um Cheese, wo er dann, ja gut, Cheese tot war dann natürlich nochmal mehr etwas visuell, etwas fieser dargestellt. Naja, aber alles in allem fand ich die ganze Story so um die, oder vielmehr das, was sie eben losgetreten haben, fand ich alles in allem gut und mit der gehörigen Atmosphäre gut inszeniert einfach. Kann ich nichts Schlechtes dran finden. Mir ist jetzt der Groschen gefallen, was denn jetzt Blut und Käse? Dann erleuchten wir alle diejenigen, die es vielleicht nicht wissen sollten. Also sind das jetzt wirklich die Namen? Nein, 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 die werden nur von der Geschichtsschreibung so genannt, weil keiner eigentlich die Namen wusste. Okay, aber das meint die beiden Männer dann. Genau, Käse ist der Rattenfänger und Blut ist der ehemalige Stadtwachen-Typ. Klasse, endlich bin ich erleuchtet. Okay, hast du das immer gehört und dich gefragt, was das soll, oder? Ja, das meinte ich ja gerade auch. Leute in Westenhaus haben vielleicht keinen Google, aber du doch, Melanie. Ich hätte es googeln können, aber dann habe ich irgendwie den Moment verpasst. Ja, und da ist natürlich auch die Gefahr, dass man sich, also in der Eis und Feuer Wiki bleibt man auch gerne mal hängen und Gruß an den Kollegen Sven spoilert sich dann auch ziemlich unfreiwillig. Ja, ich war ja auch richtig lange hinterher die ganze Zeit, also das war auch noch das Problem. Deshalb wollte ich auch nie zu viel lesen. Ich habe immer ganz viel dann weggewischt. Hat einer von euch denn jetzt mal irgendwie gelesen, wie es im Buch ist? Ja, also ich habe es wie gesagt mitbekommen, das habe ich jetzt glaube ich auch vorhin kurz beschrieben. Und ja, das wäre natürlich um einiges drastischer gewesen, muss ich jetzt aber glaube ich auch nicht wirklich so dargestellt bekommen sehen. Es ist halt was, glaube ich tatsächlich, es könnte was sein, was, weil es ja eben auf so einer psychologischen Ebene stattfindet, was beim Lesen dann besser funktioniert einfach. Und dass man sich jetzt für die Serie als visuelles Medium für eine einfache Art entschieden hat. Ja, man hat es tatsächlich schon sehr simplifiziert. Also man hat ja einen der Söhne, also man muss ja wissen, die ganze Geschichte hier erstreckt sich ja oder die Zeit, die bisher vergangen ist, sind ja so 20 Jahre. Im Buch sind das aber 27. Das heißt, die haben auch mehr Kinder. Also Maegor ist hier noch nicht geboren und wird wahrscheinlich in der Seerauni geboren werden. Und das ist dahingehend natürlich dann nochmal heftiger. Und was man sagen muss, Queen Alicent ist auch nochmal deutlich verstrickter in die ganze Nummer. Also hier ist es ja eher so mit Schuldgefühlen, auch bei Kristen Cole, weil sie da Chaka Chaka machen nebenan. Und eigentlich ist es aber so im Buch, dass sie in das Ganze auch involviert ist. Also es ist ursprünglich so, dass Blut und Käse sie und ihre Magd aufstöbern. Die Magd wird erdrosselt, Alicent wird festgehalten und die warten dann auf Helena, weil Helena, das wissen sie von Mysaria, dass die jeden Abend ihre Kinder zu Alicent bringt, um die zu betreuen. Und dann, ja, setzen die natürlich auch Helena unter Druck, einen ihrer Söhne auszusuchen und Helena bietet den erst an, sie an ihrer Stelle zu töten. In der Serie bietet sie ihnen ja einfach nur, glaube ich, eine Halskette an, was ein bisschen merkwürdig war. Und ich glaube, selbst die wurde ihr dann ja auch einfach weggerissen. Ja, ja, natürlich. Ziemlich ehrenlos. Ja, das sind auch ehrenlose. Das war vielleicht auch etwas blauäugig von ihr, dass sie dachte, ja gut, ich gebe denen jetzt die Halskette und dann werden die schon verschwinden. Ja, die ist ja auch ein bisschen, die lebt ja auch sehr, Sven hat es, glaube ich, auch im letzten Recap nochmal gemeint, die ist so wirklich die Luna Lovegood, so ein bisschen der Grünen. Das passt. Das passt gut. Ich glaube, sie ist einfach auch ultra überfordert mit der Situation gewesen. Ja, auch ihre Reaktion ist ja, also als sie dann da, also ihr Tonfall ist ja schon regelrecht pragmatisch, als sie da sitzt und sagt, ja, they kill the boy. Das, da ist, da ist ja gar nichts. Also das hat auch viele irritiert tatsächlich. Ja, aber das ist einfach ihre Art. Ja, die ist, die ist schon, die hat schon so autistische Züge einfach irgendwo. Das wollte ich die ganze Zeit sagen, aber ich wollte es auch irgendwie nicht sagen. Aber es hat, also das hat mich die ganze Zeit daran erinnert auf jeden Fall. Habt ihr eigentlich verstanden, was genau sie da in diesen winzigen kleinen Käfigen für Tiere hält? Also sollten das irgendwie winzige Vögel sein oder? Insekten. Insekten auch, ja. Insekten, Grillen. Aber die haben ja voll laute Geräusche gemacht. Ja, Grillen. Grillen machen Geräusche. Grillen, Zirpen, ja. Das stimmt. Ja. Und, aber was genau hatte das für eine Bewandtnis, Bedeutung? Ist das irgendwas, was dem Buch entspringt? Nö, die ist einfach. Das beschreibt einfach sehr gut auch ihren Charakter. Ja, die ist splinig. Also man hat die ja auch schon in der ersten Staffel, hat man die ja auch schon irgendwie mit einem Weberknecht oder so hantieren sehen. Also das ist einfach Teil ihrer Figur. Das zeigt aber auch vielleicht so ein bisschen wie, ja ich würde jetzt nicht sagen, dass ihre Figur underwritten ist, aber ich hätte da gern noch mehr von gesehen. Vor allem in der achten Folge jetzt hier, da hat die mich echt gehabt in dieser Szene mit Aemond. Also generell auch ganz großes Lob an diese Feier Saban, die die wirklich großartig spielt. Insbesondere auch in dieser Szene da, wo sie diesen Trauerzug machen, also diese Propagandaprozession nenne ich es eigentlich eher. Da merkst du mal, wie überfordert die ist von dieser ganzen Situation. Und das ist auch wirklich schon, also auch im Hinblick auf Alicent, das ist ja fast schon Nötigung, was die da mit ihr machen. Man muss überlegen, die hat gerade ihren Sohn verloren, hat nicht mal wirklich Möglichkeit zu trauern und darf sich direkt einspannen lassen für so einen Spaziergang durch die Massen da. Und dann sie auf einen Drachen setzen wollen. Ja. Funktioniert bestimmt richtig gut. Ja vor allem, wir haben die ja wirklich noch nie auf einen Drachen gesehen. Ich weiß gar nicht, haben wir Dreamfire überhaupt irgendwo mal gesehen? Ich weiß es nicht. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Das wird ja gar nicht klappen. Wo werden denn eigentlich die ganzen Drachen, also Vega ist klar, Vega chillt draußen im Wald, aber wo werden denn noch dann die anderen Drachen wie Sunfire und so in King's Landing denn eigentlich gehalten? Da gibt es ja keine Drachengrube noch irgendwie so. Doch, doch, doch. Ja doch, stimmt. Ist nicht die eine? Stimmt. Mit der Kuppel. Hatte ich mich kurz, stand ich kurz auf dem Schlauch. Die war ja auch schon in Staffel 1 zu sehen, wo sie da als Kinder ihre Drachen so kennenlernen. Genau, richtig. Also ich muss sagen, Blut und Käse in der Serie, ich finde es funktioniert für sich betrachtet, wenn man aber halt die Buchvorlage kennt, wo das halt noch echt deutlich drastischer ist. Ich meine, da drohen die sogar damit, Jahara, also halt die auch relativ junge Zwillingsschwester von Jaharis, zu vergewaltigen. Also das ist ein drei- oder vierjähriges Mädchen. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Ich frage mich, warum man sich so entschieden hat. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem, da wollte ich jetzt eigentlich auch gerade drauf kommen, Ryan Condell hat das unter anderem auch wohl deswegen gemacht, um die jungen Schauspieler zu schonen. Okay. Also der, der den jungen Jaharis spielt, das ist ja noch ein wirklich sehr junger Schauspieler und gerade bei solchen Sachen muss man da ja auch irgendwie eine Extrameile gehen, um die davon fernzuhalten, was ja eigentlich gerade vonstatten geht. Das ist ja genauso wie Kinder, die in Horrorfilmen auftreten und das ist ja irgendwo auch fast eine Horrorsequenz hier. Und es ist wirklich wohl so, also dieser Junge ist wohl auch so empfindsam gewesen, also die Hand, die sich bei ihm auf den Mund legt, damit er nicht schreit, das ist gar nicht die von dem Schauspieler hier, sondern die von dem, also von dem realen Vater des Jungen. Ach so, das habe ich mir schon fast gedacht. Die mussten das so drehen, das ging nicht anders und ja, es gibt verschiedene Gründe, also ich würde auch nicht direkt sagen, dass sie es weich gespült haben, weil das ist schon unangenehm. Im Buch ist es halt wirklich, also es ist wirklich unfassbar grausam eigentlich, aber es wäre dann natürlich auch irgendwo ein Ausrufezeichen gewesen, sage ich mal. Und ja, von der Vorlage ausgehend haben sich manche da halt schon einiges erhofft, aber ich glaube auch, also wie gesagt, im Hinblick auf Jaharis, man kannte den nicht wirklich und einige Kollegen haben man auch wirklich geschrieben. Oder hat der Kollege David auch im Recap gesagt, schöne Grüße, ja, irgendwie hatte er auch nicht wirklich so Bezug zu diesem Kind, er fand sogar den Schauspieler ziemlich schlecht und meinte dann, Gott sei Dank ist der jetzt weg. Uff. Was vielleicht auch so ein bisschen fies ist, weil Kinderschauspieler, da muss man ja einfach immer differenzieren, wenn die schlecht spielen, dann ist das nicht unbedingt die Schuld des Kindes, sondern der Regie, weil ein Kind muss nicht zwangsläufig wirklich schauspielern können. Vor allem so ein junges Kind. Ja, generell, die können ja mit so jüngeren Kindern, können die ja auch nur so und so lange drehen, ne. Ja. Das kommt natürlich auch noch dazu und vielleicht wollten sie auch nicht, ja, also ja gut, hier Mäger ist so oder so gestrichen, was ja viele dann aber auch stört, dass Helena ja wirklich so einfach das Preis gibt auch, ne. Gut, die wird wahrscheinlich, also sie hat ja vorher schon irgendwie eine Vision gehabt und gesehen, dass das kommt, aber ja, es ist natürlich so ein bisschen streitbar, ihr Verhalten dann. Ne, also auch, dass sie nicht so wirklich, also klar, die funktioniert hier emotional irgendwo anders als im Buch, da ist es, ja, da ist ja nicht wirklich eine Figur. Also ich, also ich, also ich sehe es, ich sehe es mit gemischten Gefühlen, wobei ich finde, dass es für sich betrachtet in der Serie schon funktioniert. Ich finde eigentlich, es passt zu ihrem Charakter, also ich habe das gar nicht, ihre Reaktion habe ich gar nicht so hinterfragt, ich habe einfach gedacht, ja, weil sie halt eben so ist. Mhm. So habe ich mir das jetzt erklärt, weil, also für mich, es passt dazu, wie ihr, wie ihre Figur schon seit der ersten Staffel eingeführt worden ist. Sie ist ja keine Kämpfer-Natur, einfach. Überhaupt nicht, ja. Dass sie jetzt irgendwie sagt, nein, ich entscheide mich nicht und dass sie irgendwie sich irgendwie versucht zu wehren, ne, das passt einfach nicht so richtig. Sie hat versucht, noch irgendwie in dieser unfassbaren Situation das Beste mit ganz großen Anführungszeichen daraus zu machen. Es hat ja für die Story aber eigentlich sogar mehr Impact als im Buch, weil, also da will sie ja, wie gesagt, Maegor opfern und hier opfert sie aber wirklich direkt, ohne mit der Wimper zu zucken, eigentlich Jaehaerys. Und das ist auch noch viel schlimmer für Aegon, weil das ist ja sein Erbe gewesen, ne. Also er hat ja jetzt keinen Sohn mehr und wie wir dann ja auch in Folge 8 erfahren haben, wird er wahrscheinlich auch keinen mehr zeugen können. Ja. Ich, ich muss auch sagen, ich fand, also als er da austickt dann in der zweiten Folge, äh, und da auch Sachen durch die Gegend schmeißt, ich muss sagen, Tom Glynn gar nicht spielt. Das Modell-Set von seinem Vater, von Valeria. Ja, genau. Oh Gott, wie lange hat er denn bitte daran gesessen? Stunden, Tage, Wochen? Lebenswerk. Ja, und dann mit ein, zwei Schwertschlägen. Sie haben ja extra zwei da gebaut. Ja, das habe ich auch, das habe ich auch gehört, ja. Aber in der Welt gibt es das nur einmal. Ja gut, das ist natürlich auch irgendwie symbolisch gewesen, ne. Und, äh, es war dann auch sehr bezeichnet, dass er sich dann da so an dieser Phrase festklammert. Also immer auch wieder in der Staffel, äh, ich bin der König, ne. Also, äh, Tywin Lannister, äh, hätte da, glaube ich, ein bisschen was zu zu sagen. Ich muss aber sagen, eben diese Zeile, fand ich, äh, sollte natürlich schon etwas eine Anspielung auf Game of Thrones sein. Und eines von, wie ich finde, den coolsten Zitaten von Tywin Lannister, aber auch eigentlich insgesamt. Any man who must say I am the King is no true King. Und er sagt ja eben genau wie Joffrey damals, ich bin der König, I am the King. Ich finde aber, ich habe oftmals auch den Vergleich gelesen, äh, Aegon sei ja wie, wie Joffrey. Eins zu eins. Nein, nein, muss ich sagen, gar nicht. Er wird hier um einiges nachvollziehbarer und feinfühliger, äh, gezeichnet. Und man, man versteht ihn schon. Er ist halt ein Junge, der das alles gar nicht möchte. Er möchte diese ganze Macht nicht. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, sein Vater, also Viserys, war ja zu Friedenszeiten. Er hat ja, er galt ja so als der Friedfertige, derjenige, der für Stabilität im Reich gesorgt hat. Aber schlussendlich war er ja komplett überfordert mit dem, was um ihn herum geschah. Und ich habe mich dann gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn die beiden Plätze vertauscht wären? Wenn jetzt Aegon zu Friedenszeiten geherrscht hätte und Viserys innerhalb von einem Krieg. Hätte das vielleicht besser funktioniert? Wäre Viserys, der ja, wie man dann ja zum Ende von Staffel 1 gesehen hat, ja, doch so ein ganz schönes Feuer aber auch noch in sich trug. Aber eben auch eine gehörige Mehrportion an Intelligenz, an Weisheit, an Voraussehung. Vielleicht hätte der ja doch einen viel besseren Kriegsführer auch abgegeben. Habe ich mich da so ein bisschen gefragt. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also Viserys war ein guter Mensch, aber ein schwacher König. Also man muss nur mal bedenken. Das sind sie beide irgendwie. Ja, ja, ja. Beide schwache Könige. Ja, ja, natürlich, aber Viserys auf eine andere Art. Und ich meine, der hat ja seinen Bruder völlig so ignorant einfach mal eben drei Jahre lang Krieg führen lassen auf den Trittsteinen und dem auch nicht viel Bedeutung beigemessen. Also man muss dazu sagen, Viserys ist im Buch auch deutlich mehr so ein, ja wirklich so ein Partykönig förmlich. Also der ist so ein Lebemann, ist auch deutlich korpulenter in der Vorlage. Dementsprechend stirbt er da auch an Gicht und nicht an Lepra. Aber man muss bedenken, diese Stabilität und diesen Frieden, den hat Viserys zu großen Teilen von seinem Vorgänger Jaehaerys, dem Schlichter, geerbt. Der saß am längsten auf dem eisernen Thron, also wirklich fast 60 Jahre. Und von der langen Herrschaft zehren die immer noch an diesem Punkt hier. Also ich, ja, Viserys, wie gesagt, aber der ist, der ist kein guter Herrscher gewesen. Und der war auch nicht fürs Herrschen gemacht, überhaupt nicht. Der war halt ein ziemlicher Familienmensch auch. Also ich glaube, worum er sich am meisten geshared hat, war halt wirklich immer die Familie. Und dann natürlich aber auch, ja, irgendwo auch den Machterhalt. Also das darf man, das darf man nie vergessen. Das ist so generell das, was man bei den Targaryen immer im Kopf haben muss. Also auch bei Rhaenyra, bei all ihren guten Absichten. Von wegen, es herrscht wieder Frieden, wenn ich auf dem eisernen Thron sitze. Der eiserne Thron ist letzten Endes auch immer ein Symbol der Unterdrückung. Und die Targaryen haben ihren Status letzten Endes auch nur wegen ihrer Drachen. Ich würde sagen, wir kommen aber mal zu einem anderen Punkt, der ja auch wirklich für Diskussionen sorgt. Melanie, du hast dich ja gerade eben, du hast dich, glaube ich, ein bisschen als Matt Smith Fan geoutet, oder? Ja, komplizierte Männer, uff. Ja, aber Matt Smith hatte ja schon, also das hatten Paul und ich ja im Precast auch schon erzählt. Matt Smith hat sich ja geäußert, bevor die Staffel anfing, nämlich zum Ausstieg des bisherigen Co-Show-Runners und Regisseurs Miguel Sapocznik. Und dass man vor allem an seiner Figur und dessen Werdegang hier einen Unterschied merken wird. Und ja, ich glaube, man weiß jetzt, also oder man wusste im Verlauf der Staffel so relativ, was er gemeint haben dürfte, ne? Denn Damon wird ja hier auf eine Art Selbstfindungstrip geschickt, der auch nicht Teil der Buchvorlage ist, natürlich. Ach, echt? Nein, ja, nee, ja, wie sollte das sein? Da ist ja keiner. Seine Vision kriegt ja keiner mit. Aber dass er nach Harrenhall gegangen ist. Dass er nach Harrenhall geht, dachte ich, das würde jetzt gar nicht im Buch sein, das wäre ein großer Einschnitt gewesen. Nee, 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 das gibt es schon, das ist auch sehr viel eher. Also er ist da schon auf Harrenhall, als er hier das mit Blut und Käse in Auftrag gibt, tatsächlich. Der delegiert das von da aus. Und sie haben es hier aber eben so gedreht, also auch diesen Krach mit Rhaenyra, den gibt es auch. Also im Buch heißt es dann, er kämpft trotzdem eigentlich in ihrem Krieg, obwohl sie monatelang nicht miteinander reden. Oder auf jeden Fall wochenlang. Ja, und hier haben sie jetzt eben was gemacht, womit sich House of the Dragon, glaube ich, auch so ein bisschen emanzipieren will von Game of Thrones. Indem sie eben diese Location Harrenhall einfach ein bisschen mehr benutzen als in der Hauptserie. Weil da war das ja im Grunde genommen eigentlich nur so eine Art Militärlager inmitten eines Trümmerhaufens. Also in den Büchern Eis und Feuer ist da ja durchaus mehr, weil in Harrenhall spukt es wirklich. Also da hört man ja auch schon oder auch in der ersten Staffel House of the Dragon, dass wirklich ein Fluch auf dieser Burg liegt, die ja vor ewigen Zeiten von Aegon dem Erobrer ja bis auf die Grundfesten niedergebrannt wurde eigentlich oder in großen Teilen. Melanie, wie war denn so deine Reaktion, als du gemerkt hast, Daemon kriegt hier eine eigene Handlung und die ist auch relativ so weit ab vom Schuss? Ja, ich muss sagen, ich fand leider, das ist so ein bisschen, ich mochte das nicht so sehr. Ich fand es ein bisschen auch, immer wenn das kam, wo er in Harrenhall war, also wir gerade irgendwie wieder die Szene gewechselt haben und dann Daemon in Harrenhall, dachte ich so ein bisschen so, okay. Schon wieder. Ich fand generell diese Harrenhall-Storyline tatsächlich ein bisschen so mit der langweiligste Subplot. Und es kommt immer bei mir drauf an, manchmal mag ich dieses, eine Figur wird gerade verrückt und hat Vision-Ding nicht so gerne. Ja. Es kommt immer drauf an, wie es gemacht wird. Hier fand ich es halt ein bisschen, dann ist es halt so, er sitzt so am Tisch und dann halluziniert er die ganze Zeit und sieht irgendwie andere Leute. Und dann, ich fand es natürlich auch cool, halt, ne, Viserys wiederzusehen, die junge Rhaenyra wiederzusehen. Also, ne, da war diese ganz weirde Szene mit seiner Mutter. Oh Gott, ja, ja. Das erste Mal gar nicht richtig gecheckt, dass das seine Mutter sein sollte. Ich dachte erst mal, das war Emma. Ja, das sollte man auch denken. Man sollte auch, glaube ich, denken, dass er irgendwie mal auch scharf auf Emma gewesen sein könnte oder sowas. Was irgendwie auch Sinn ergibt, aber naja. Ja. Auf jeden Fall, ich, keine Ahnung, es hat mich halt genervt. Ich meine, ich verstehe jetzt im Endeffekt, warum es da war, weil es sollte quasi erklären, wie Damon jetzt dahin kommt, wo er in Staffel 8 ist und er ist ja auch ein sehr komplizierter Charakter und ich finde es gut, dass sie das so ein bisschen angehen. Und was man natürlich auch noch klären musste, diese eine Szene in Staffel 1, letzte Folge, Folge 10, wo er ja Rhaenyra am Würgen ist, ne. Ja. Da war ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Und da merkt man ja auch richtig, dass da noch richtig, er hat wirklich noch damit zu kämpfen, dass er nicht König und Erbe ist, ne. Und ich finde es gut, dass man jetzt sich die Zeit dafür genommen hat, dann wirklich seine Wandlung gut zu erklären und nicht, dass es jetzt von morgen auf heute ist, ach ja, äh, ne, von heute auf morgen ist. Ja, ich mag meine Frau so sehr. Ja. Ich gönne dir das jetzt mal, so, ne. Aber, ja, aber könnt ihr ja gerne mal sagen, was ihr davon denkt. Ich bin ja jetzt froh, dass wir zumindest, äh, oder zum ersten Mal jetzt in einem Punkt doch schon etwas konsequenter voneinander abweichen. Ich muss sagen, als Idee fand ich das erstmal richtig toll. Generell, ein Charakter erstmal aus seinem gewohnten, aus seiner gewohnten Atmosphäre, aus seinem gewohnten Bereich zu ziehen, so das Fish Out of Water mäßig. Er kommt also dann nach Harrenhal und ich fand das super atmosphärisch inszeniert. Dann, ja, also im Regen, im Gewitter da und diese ganze... Charaxis! Charaxis! Ja, den dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann hat es so was richtig Schauriges ja gehabt. Und dann wird die Tür aufgestoßen und wer sitzt da? Da sitzt eigentlich unser aller Lieblingscharakter, muss man sagen, Sir Simon Strong. Und dann kriegt das Ganze so einen ganz interessanten Turn. Weil ich hab mich zunächst auch gefragt, wie Damon es dann ja später auch hinterfragt, ist der jetzt wirklich nur so ein alberner alter Mann? Oder, na nicht albern, aber so unfreiwillig komisch? Oder steckt da irgendwie noch ein bisschen mehr hinter, dass er den nicht vielleicht doch hintergeht? Und dazu möchte ich gleich auf jeden Fall auch noch einen etwas größeren Vergleich anstellen mit Game of Thrones. Alles in allem fand ich das aber atmosphärisch super. Ich fand die Idee, Damon jetzt mal einfach rauszunehmen aus dem Großen und Ganzen richtig toll. Und dann diese Visionen, ja, die hatten auch was. Auf jeden Fall. Stichwort Inzest mit der Mutter. Ja, muss das nun sein? Nee, hätte ich auch darauf verzichten können. Weil es ja auch... Ja, was hat es denn am Ende jetzt eigentlich wirklich für eine Bedeutung gehabt, muss man sich fragen. Was hat es für einen Mehrwert gehabt? Ja, genauso wie, das kann ich dann schon etwas mehr nachvollziehen, letzten Endes dann seine Vision von so ziemlich allem oder den wichtigsten Sachen, die wir aus Game of Thrones sehen. Also die White Walker und Daenerys, die ihre Drachen gebärt, sagt man das so. Ja, gut. Er sieht also, da wird noch eine ganze Menge kommen, sobald unsere Geschichte vorbei ist. Und deshalb müssen wir hier jetzt ein großes Heer aufstellen und Rhaenyra ist diejenige, der ich folgen muss. Da habe ich mich gefragt, ja, aber musste das denn nun auf diese Art und Weise und so jetzt erzählt werden, dass dort jetzt Bezüge zu Game of Thrones hergestellt werden, zu den White Walkern? Am Anfang von Folge 1 fand ich das noch sehr logisch, dass dort an der Mauer im Norden ja zumindest angedeutet wird, dass dort mehr lauert als nur Wildlinge, sondern halt der Tod. Ja, aber dass nun Daemon die White Walker sieht und da irgendwie so ein bisschen spürt, okay, da kommt noch was ganz Großes auf uns zu und ich bin jetzt hier erleuchtet und deshalb füge ich mich jetzt Rhaenyra, das fand ich etwas ungelenk irgendwie erzählt. Ich weiß es irgendwie auch nicht. Also ich denke mir auch so, ist er denn wirklich dieser Charakter, der dann immer noch, also der dann wirklich Einsicht zeigt in dem Moment, weil er ist so hartnäckig, was das angeht. Er ist so hartnäckig, was sein Erbe angeht. Ich weiß nicht. Passt das wirklich zu ihm? Es ist natürlich, also für ihn ist natürlich auch maßgeblich, dass das Erbe der Targaryen fortgeführt wird. Aber er ist halt so egoistisch. Ja, natürlich. Deshalb frage ich mich auch so, also im Nachhinein habe ich mir auch so gedacht, zu dieser ganzen Nummer da jetzt in Folge 8, warum sollte ihn das eigentlich scheren? Also ich meine, ich sage an einer Stelle auch, wenn ich tot bin, dann ist mir eh alles egal oder dann schert mich nichts mehr. Ja gut, ich meine, ist natürlich so, aber da ist ja schon eine gewisse Haltung irgendwo auch, auch nicht für andere zu sterben oder in den Tod zu gehen. Und da muss ich jetzt wirklich mal die Tür eintreten. Ich mochte den Harrenhalplot am Anfang echt gerne, weil das auch pure Lore ist. Sir Simon fand ich großartig, ist für mich ein neuer Fanliebling. Ich habe mir die ganze Zeit Anthony Hopkins in der Rolle vorgestellt, aber egal. Nee, der ist super und ich fand auch diesen Running Gag und wie sich das auch hochschaukelt, also dass sie ihn halt immer mit dem falschen Titel ansprechen und er halt auch immer mehr einfordert. Also mein Prinz, euer Gnaden. Und das Geilste fand ich wirklich so dieses, wie nennt man denn den Gemahl der Königin? Königin Gemahl. Das war richtig, richtig gut. Also im Englischen noch besser mit King, Consul. Das war richtig super. Und die Vision an sich, wie sie inszeniert waren, also den Auftritt von Viserys mochte ich durchaus, aber ich fand die Vision zum einen irgendwann zu viel. Also der Tiefpunkt war wirklich das mit Alisa, dass er mit seiner Mutter schläft, das war schon wirklich, Paul hat's beschrieben, mit Fanfiction-like. Warum? Der Grund dafür könnte sein, er hat seine Mutter nie wirklich gekannt, tatsächlich. Das muss man wissen. Ja, aber er muss ja nicht so kennen. Das eine bedingt ja nicht automatisch das andere. Nee, nee, aber in den Charakter seiner Mutter passt es schon irgendwo sehr, weil die war tatsächlich sehr frivol zu Lebenszeiten. Also die soll unter anderem auf ihrem Drachensex gehabt haben und hat wohl auch Viserys und Daemon, als sie irgendwie noch halbe Säuglinge waren, mit auf Drachenflüge genommen. Aber bitte nicht beides gleichzeitig. Bitte nicht. Nee, nee, nee. Ja, wer weiß. Gut, wollen wir nicht vertiefen. Das ist Targaryen, ne? Kann man bei solchen Geschichten eigentlich immer sagen, Targaryen halt, ne? Aber nee, also ich hatte da immer Probleme mit, also insbesondere das fühlte sich für mich schon wirklich an. Also Paul hat es richtig beschrieben, es hatte was von Fanfiction. Und ich muss sagen, so im Nachgang, also das ist so für mich das Frustrieren da in dieser ganzen Hakenhall-Storyline. Ich fand die Szenen eigentlich auch immer gut und atmosphärisch, aber im Nachhinein habe ich mich so gefragt, wofür war das jetzt eigentlich? Und auf der anderen Seite so insgesamt, was dieses ganze Konzept angeht, müssen wir Daemon wirklich psychologisieren? Beziehungsweise gab es jetzt überhaupt wirklich einen gewissen Mehrwert? Weil ganz ehrlich, alles, was da zum Tragen kommt, was ihn, sein Verhältnis zu Rhaenyra und zu Viserys angeht, das konnte man sich doch eigentlich schon irgendwo ausrechnen, oder? Zum gewissen Punkt. Ja, vielleicht sollte jetzt irgendwie gezeigt werden, dass er wirklich doch irgendwie Reue empfindet, oder sowas. Ja. Also ich finde, es war bei ihm immer nicht ganz klar, was er denkt. Nee. Also das ist eigentlich auch das Spannende so bei ihm, weil du weißt, es ist irgendwie nie zu 100 Prozent. Und da triffst du es. Das macht ihn spannend als Figur. Mhm. Das macht ihn spannend. An Daemon fand ich immer spannend, dass er zum einen unberechenbar ist und zum anderen in der Hinsicht aber doch berechenbar, dass man weiß, der weiß im Grunde selber nicht, was er eigentlich wirklich möchte. Und deshalb macht er auch immer wieder so diese Flucht nach vorne. Ja. Also hast du ja dann auch von Alice Rivers gehört, sobald ihm irgendwas nicht passt, tritt er die Flucht nach vorne an. Ob es bei seiner Frau war, ob es bei seinem Bruder war, ob es bei Rhaenyra jetzt war, das ist so ein Charakterzug, der sich bei ihm durchzieht. Und ansonsten, ja gut, seine Schuldgefühle, also auch im Hinblick auf Jaehaerys, wo er ja erst so meint bei Rhaenyra, das ist auch wirklich, also diese Streitszene ist zum einen großartig gespielt von beiden, auch toll geschrieben. Und dann dieses von ihm so, ach ja, es war halt ein Versehen. Also Sven hat im Podcast gemeint, als hätte er die falschen Gummibärchen versehentlich gekauft oder so, ne? Also. Ja, vielleicht war das an der Stelle nochmal gut, dass man das nochmal deutlich gemacht hat. Ja, aber es hätte vielleicht auch im Dunkeln bleiben können, beziehungsweise du hast bei Daemon immer mal so diese Stellen, wo die Serie sich traut, Leerstellen zu inszenieren. Also, bestes Beispiel ist dieses, und das wird ja hier auch nochmal aufgegriffen in der Szene mit Viserys, wir wissen nicht, was er in diesem Bordell da wirklich gesagt hat. Also hier dieses König, ja, doch, Erben für einen Tag, ne? Ja. Also da täuscht uns die Serie, auch in der ersten Staffel, weil wir hören das, dass er das gesagt haben soll, aber diese Worte kommen im Rat nur aus dem Mund von Otto Hightower. Ja, genauso wie auch wir nicht mitkriegen, was er wirklich zu Blut und Käse sagt, für den Fall, dass sie Aemon nicht finden. Genau an der Stelle wird weggeschnitten. Aber da ist es ja relativ klar. Das verrät ja der Titel der Folge, würde ich sagen. Ja, nicht wirklich nicht. Ja, ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt und ich würde den jetzt vielleicht mal nutzen, also was so den gesamten Daemon-Ark angeht und die Charakterzeichnung, würde ich jetzt mal gerade nutzen, um einen Vergleich zu Game of Thrones insgesamt herzustellen. Weil, was ich insgesamt so ein wenig vermisst habe, sind im Wesentlichen so drei Aspekte, was die Charaktere und ihre Dynamiken untereinander angeht. Da wäre zunächst mal, Stichwort Werte. In Game of Thrones, da hatte jedes Haus, hatte wirklich so einen eigenen individuellen Charakter. Werte, die sich da durchgezogen haben, die jeder befolgt hat und wo du genau jedes Haus von dem anderen unterscheiden konntest. Und hier, was sind denn zum Beispiel die Werte von den Hightowers? Könntet ihr mir das jetzt so sagen? Was ist deren Charakter als Haus? Wie würdet ihr das beschreiben? Ich könnte das jetzt nicht. Wir erleuchten den Weg. Ja, aber was soll das heißen? Also, das ist eine totale Phrase. Gut, die meisten... Wir mischen uns überall ein. Die meisten Häuser-Motto sind schon irgendwie Phrasen. Aber jedes Haus in Game of Thrones hatte so seinen eigenen Charakter. Und bei den Hightowers zum Beispiel fällt mir das jetzt sehr schwer, die so als Haus zu charakterisieren. Bei den Targaryens, ja, schon besser irgendwie. Feuer und Blut, Nafzett. Ja, also das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich etwas vermisst habe, dass man diese ganz klare Häusertrennung, jetzt nicht nur zwischen Schwarz und Grün, sondern auch noch unter anderem, zum Beispiel die Lannisters tauchen ja auch auf. Aber ja, da habe ich auch so ein bisschen was vermisst, dass die nochmal ein bisschen herausstechen mit ihren Werken. Gut, wir kennen sie natürlich schon sehr, sehr, sehr gut aus, Game of Thrones, aber dass sie nochmal so ihren eigenen Spin auch hier bekommen. Sie hatten hier ihren Löwen. Ja, das war schon etwas, da habe ich mich auch gefragt. Leute, jeder, wir wissen doch, wir Zuschauer wissen das und jeder in Westeros weiß das, dass ihr einen Löwen als Wappen habt und das müsst, warum bringt ihr jetzt einen unbedingt mit? Oh, ich fand das, ich fand das super. Soll der hilfreich sein im Kampf? Nee, das ist glaube ich einfach. Gegen Drachen? Ich weiß ja nicht. Das ist sie, ich würde sagen, sie haben da einfach einen Löwen, weil sie es können. Fertig. Das ist Status, ne? Ja, naja, weiter. Jedenfalls, der zweite Punkt, den ich über die gesamte Serie so ein bisschen vermisst habe, war Verrat und Täuschung. Ich erinnere dann mal an so Sachen, auch aus den allerersten Staffeln Game of Thrones. Beispiel, Peter Baelish verrät Ned Stark und hält ihm dann zum Schluss das Messer an die Kehle. Oder dann natürlich die Red Wedding oder auch nochmal Peter Baelish, dieses alte Schlitzohr. Ja, wie war das noch? Er lässt ja Sansa dann aus King's Landing entkommen, bereitet das dann mit diesem einen Hofnarr vor. Was macht er dann, als die beiden dann zu ihrem Schiff kommen? Ja, er lässt den Hofnarr erschießen mit Bogenschützen und sagt dann irgendwie sowas. Ja, Gold lässt einen Mann eine Weile lang schweigen, aber ein Pfeil in die Brust tut es für immer. Ja. Und eben dieses, dass hier, dass man hier wirklich einen Charakter mal bekommt, der sich um 180 Grad dreht, der dann eskaliert. Also ein bisschen die Eskalation im Gespräch habe ich auch so ein bisschen vermisst, da reiche ich auch noch gerne ein Beispiel weiter. Wieder mit Peter Baelish lustigerweise, ich weiß auch nicht, warum ich den so jetzt, warum der jetzt bei mir für so vieles herhalten muss. Volle Figur. Ja, auf jeden Fall vielleicht, weil mit Larys dann auch nicht so in die Richtung ging, zumindest die ich mir da vorgestellt hatte. Mhm. Wo Peter Baelish sich so ein bisschen versucht, gegen Cersei zu behaupten. Und sie hat ein paar Wachen um sich herum stehen. Und ja genau, er will ihr ja so eine Lektion in Macht irgendwie geben. Er fühlt sich irgendwie intellektueller und weiß besser Bescheid über die ganze Machtpolitik, die da so vonstatten geht. Und sie hat ein paar Wachen um sich herum stehen und sagt ihnen einfach, ergreift den, tötet ihn, mach mir dem, was er wollt, so ungefähr. Und dann sagt sie im letzten Moment noch, nein, nein, ich hab's mir anders überlegt, lass den los, er ist frei, geht drei Schritte zurück, fließt die Augen. Genau. Eben dieses, dass hier mal in einem Gespräch oder in einer Szene so ein richtiger Einschnitt kommt, wo du denkst, was ist denn jetzt los? So im Gespräch, so dieses Einschneidende, mal ein bisschen Gewalt zeigern, ein bisschen den anderen herausfordern auf politischer, auf psychologischer, auf philosophischer Ebene. Ja, ich finde, das hat Game of Thrones auf jeden Fall besser gekonnt und das habe ich hier etwas vermisst. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen gut anhand auch von Beispielen so darstellen. Ja, ich hätte da halt ein Gegenbeispiel, also wo das halt eskaliert ist, zum Beispiel, wo Damon endgültig genug von Sir Simon hat und auf den mit dem Messer zugeht oder dem auch Dinge in den Mund schiebt. Das ist ein gutes Gegenbeispiel, ja, aber von sowas hätte ich irgendwie gerne mehr gehabt einfach. Ja, ich meine, es ist immer so die Frage, ob man das so unweigerlich vergleichen muss. Auf der anderen Seite fordert die Serie ja irgendwo auch selber Vergleiche heraus. Also ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass viele Figuren für sie wie so Abziehbilder aus Game of Thrones wirken. Also bestes Beispiel ist da, glaube ich, Laris. Da gibt es ja wirklich so den Running Gig, was ist Littlefinger plus Varis gleich Laris, ne? Hast du selbst im Namen. Ich weiß nicht, Melanie, wie siehst du das? Ja, ich hatte gerade irgendwie eine Szene im Kopf, die ich jetzt vielleicht auch so ein kleines Gegenbeispiel genannt hätte. Er fiel da nur noch ein, wo Rhaenyra diesen einen Lord aus ihrem Council eine Ohrfeige gibt. Ah, schlägt, ja. Ich musste jetzt auch gerade daran denken, wie Jace jetzt auch in der letzten Folge so ein bisschen über bei, wie hieß der, Ulf? Ulf, genau. Den auch so ein bisschen, aber das war leider, also er hat ihn ja auch so sehr zurechtgewiesen, weil er ja auch aus persönlichen Gründen was gegen diese ganzen Drachenreiter hat, aus dem nicht noblen Volk. Und da hat er ja auch dann so richtig, also er hat ihn ja richtig zurechtgewiesen auch nochmal. Aber ich finde, da kam es jetzt nicht so gut bei Ulf an, wie man in der nächsten Szene gesehen hat, ne? Also ich finde immer noch, der nimmt den irgendwie nicht so ganz ernst. Das ist sehr schnell verpufft irgendwie. Ja, aber davon, also ich fand erst mal die Szene richtig cool eigentlich, dass er da so ein bisschen mal so seinen Status raushängen lässt. Ulf ist ja wohl der Inbegriff von Dreistigkeit. Ja, eben. So was. Ja, aber dann hat es leider, also ich, die nächste Szene hat das so wieder ein bisschen zurückgeschraubt dann wieder. Also mir wird noch einfallen, auch eine aus Folge 8, wo Aemond Helena auf den Drachen zwingen will, beziehungsweise sie so mit sich reisen will und dann Alicent dazwischen geht, die gibt es zum Beispiel noch. Oder aber eine meiner Lieblingsszenen eigentlich schon, wo man Aemons Reaktion darauf sieht, dass die Lannisters ihn auf Burg Goldtooth zitieren wollen. Generell auch, wie das gefilmt ist, da war eine ganz, also ist euch das aufgefallen in der sechsten Folge, dass, wo Aemond da eben am Drücker ist, dass da eine ganz andere Dynamik herrscht im Rat? Total angespannt, hatte ich den Eindruck. Also die, die wissen genau, also dieses ganze Rumgerede, was Aegon schon ziemlich genervt hat, das können wir uns hier überhaupt nicht leisten und müssen uns hier wirklich sehr sorgfältig und diszipliniert verhalten und tunlichst das befolgen, was er jetzt sagt. Ja, bei Aemond kommt es ein bisschen durch. Ja, Aemond ist ja auch so ein Charakter, der meistens ziemlich unterkühlt ist und dann aber auch gerne mal so ausbricht, ne, also. Ich fand die Szene da auch so geil, wo er dann so meinte, wo er eine Hand ernennen sollte, ne. Oh ja. Ich hab dann erstmal gedacht, dass Aegon... Aber, so geil, so geil. Also, uff, ich hab den Fremdscharm durch den TV-Bildschirm gespürt. Vor allem Lord Laris so, ja, ach ja, diese Ehre und ja, nicht ihr, sondern, oh ja. Oh, wirklich, das ist einer der besten Momente. Und dann war er so, dann ging er so zu Aegon, pack deine Sachen mit dir. Hier kann ich nichts mehr machen. Aber ich verstehe, was du meinst, Valentin. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Okay. Ich, ich, äh, ein Stück weit auch, also, ähm... Vielleicht kommt es nochmal mehr. Ja, es, es liegt, glaube ich, auch ein bisschen an den Charakteren und vielleicht auch ein bisschen diesem Build-Up-Charakter von der ganzen Staffel, würde ich mal sagen. Äh, die Dialoge sind vielleicht aber auch ein gutes, äh, Stichwort, um einen Punkt weiter zu springen. Denn man muss sagen, Staffel zwei ist tatsächlich schon sehr dialoglastig. Also, das hab ich auch selber in den Recaps gemerkt. Es ist wirklich nicht einfach, diese Ratssitzungen irgendwie im, im Kern zu packen und zusammenzufassen. Äh, man will ja auch keine Nacherzählung machen. Da wäre jetzt so meine Frage, also, ich hab hier den Punkt auf unserer Ordnung genannt, show more, tell less. Habt ihr das Gefühl, dass es vielleicht schon ein bisschen zu viel Dialoge in dieser Staffel gab? Dass manches sich auch ein bisschen wiederholt hat und dass die Serie vielleicht mehr über Bilder erzählen sollte, wie Game of Thrones das auch, äh, hingekriegt hat? Hm, jein. Denn was ich sagen würde, ist, dass Game of Thrones gerade in den ersten Staffeln auch sehr viel von Dialog gelebt hat. Also, man hat da ja wirklich etliche Szenen gehabt in King's Landing, äh, mit Tyrion, mit Cersei, mit Tywin, ähm, wo die sich nur unterhalten, auch im Small Council. Und dort gab es aber immer irgendwie so eine richtige, was ich gerade auch schon so angedeutet habe, so eine richtige Beziehung der Charaktere untereinander. Und die haben sich versucht, auf psychologischer, auf politischer, auf, sei es auch nur auf eloquenter Ebene, zu übertreffen und den anderen zu übertrumpfen. Und ich würde nicht sagen, dass es, dass die Serie jetzt an zu viel Dialog scheitert, sondern nur, wenn dann an schwächeren Dialogen. Da wird halt lang und breit, wird da über diverse Kriegsstrategien, wird da diskutiert, was können wir jetzt hier machen, was können wir jetzt da machen. Aber dir als Zuschauer ist das ziemlich egal, weil du, entweder weißt du, ja, wir werden diese Schlacht noch sehen oder wir werden sie nicht sehen. Aber dann werden wir diese Strategie halt, äh, in Action erleben, die sie da jetzt gerade besprechen oder halt nicht. Ja gut, dann ist es auch egal, wenn wir das jetzt nicht sehen. Davon haben jetzt mehr diese Ratsszenen vor allem gelebt. Und das ist, ja, schon, äh, hat mich auch nicht so sehr gecatcht, muss ich sagen. Also, bist du denn, äh, Melanie, äh, du, also du kennst ja auch die Bücher nicht. Ich hab das erste Buch von Game of Thrones gelesen. Ah, okay, ja gut, dann kennst du ja auch vielleicht ein bisschen die Karte von Westeros. Aber, äh, ich könnte mir vorstellen, dass du dich auch so ein bisschen schwer getan hast bei den, also ich meine, ihr Ratssitzungen, da werden ja Namen, Orte, alles Mögliche durcheinander geworfen. Ich kann mir vorstellen, dass das auf die Dauer auch echt ein bisschen anstrengend ist, oder? Ja, also schon und, also, man hat halt das Gefühl und ich meine, das ist ja das, was in der Szene gezeigt wird, man dreht sich sehr viel im Kreis. Aber so ist es dann eben halt auch, als Zuschauer bekommst du dann eben auch das Gefühl, okay, irgendwie die Dialoge drehen sich auch ein bisschen sehr viel im Kreis. Also es ist ganz oft, wir haben so viele Szenen von Ratssitzungen jetzt, ob es bei Rhaenyra ist oder auch drüben ist. Aber vor allem eigentlich bei Rhaenyra, wo halt es immer wieder derselbe Konflikt ist. Sie weiß nicht ganz genau, was sie machen soll. Sie wird gedrängt, direkt auf Gewalt zu setzen und jetzt anzugreifen. Und immer wieder wird dann auch ihre Position in Frage gestellt von den Männern und die sind halt ultra frech auch zum Teil zu ihr. Ja. Also davon gibt es ja gefühlt bestimmt mindestens fünf Szenen. Und das ist halt so ein bisschen das. Ja, locker. Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich jetzt vielleicht hier in der Staffel gestört hat, so sehr viele ähnliche Themen in Gesprächen. Mhm. Ja, bei Rhaenyra ist das natürlich, ja gut, ich meine, sie machen das ja zum Teil der Handlung durchaus, dass sie dort frustriert rumsitzt und merkt, dass sie eigentlich als die Königin, die ist die am wenigsten Handlungsspielraum für irgendwas hat. Weil sie darf nicht aufs Schlachtfeld, ihr Rad kommuniziert auch nicht richtig mit ihr. Und da, Valentina, würde ich dir auch widersprechen, es gibt schon durchaus psychologische Aspekte hier. Melanie hat gerade eben auch schon angesprochen, also bei Rhaenyra ist es ja so, dass der Rad ihr eigentlich Stück für Stück entgleitet und der von Aegon fällt eigentlich auseinander ohne ein Rückgrat wie Otto Hightower. Und da sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen das Problem, was die Dialoge angeht. Weil, äh, Rhaenyra ist, wenn der da ist in den ersten zwei Folgen, und da haben wir auch wieder eine Szene mit Inbrunst, äh, Inbrunst übrigens, die Szene, wo Aegon ihn seines Amtes enthebt und das dann Cole zuschiebt, die ist sowas von grandios. Also da kommt bei Rhaenyra ist auch so richtig Theater-Schauspiel durch. Ich fand die, äh, Line von ihm so geil, wie er sagt, ähm, do you really think so? Als Aegon sagt, ja, mein Vater hat mich doch zum König gemacht, Mensch, und ich hab hier das, äh, oberste Kommando. Und Otto weiß genau, ja, das, das war nicht so. Junge, bleib mal auf dem Teppich. Wir haben dich jetzt einfach hier als Marionette eingesetzt, weil du der nächstbeste warst. Und jetzt, äh, vergiss mal hier nicht, wer Koch und wer Kellner ist, so ungefähr, ne? Und der hat ja auch wirklich alles von ihm zerstört, ne? Also ich meine, Otto, boah, also, äh, man muss ja dazu sagen, das ist ja in der Vorlage, äh, nicht so stark mit diesem, äh, sag ich jetzt mal Kriegspropaganda-Aspekt, wo ich nochmal gleich kurz drauf zu sprechen kommen will. Aber diese Reaktion von Otto Hightower, wir haben hier ein totes Kind liegen und was machen wir? Wir nähen den Kopf wieder an und machen, machen eine Propaganda-Prozession quer durch die Stadt. Das ist so pervers eigentlich. Das ist sowas von perfide und auch, also, dass er wirklich so, weißt du, Alison sitzt da, ist komplett fertig, so, ach ja, 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 sein Tod war schlimm, aber er könnte auch was Gutes haben. Und er könnte uns jetzt auch mehr bringen als tausend Soldaten auf dem Schlachtfeld. Also, boah, das ist so abgedroschen und gleichzeitig ... Er bleibt einfach gut den Charakter. Ja, das ist, und, äh, ich muss auch sagen, das sind auch diese Elemente, die, äh, Game of Thrones und eben auch House of the Dragon, also, das ist eben so diese Art, mit sowas umzugehen und sowas auszuspielen, was diese beiden Serien oder diese Art von Intrigenspiel von anderen unterscheidet. Dass du da wirklich auch eine gewisse ... Ich, ich meine ganz ehrlich, äh, Otto Hightower ist ein Spin-Doktor oder ein PR-Typ ist der eigentlich, wenn man's, wenn man's so runterbricht, ne? Und, äh, ja, dass er in dieser Staffel nicht so lange zu sehen war, das tut er vielleicht auch nicht so gut, was die Dialoge angeht, ne? Ja, also, ähm, ich will jetzt auch die anderen Figuren da nicht schlecht machen und da sind auch, wie gesagt, psychologische Prozesse im Gange, also vor allem auch, was Alicent angeht, die ja Stück für Stück einfach entmachtet wird. Und da gibt es auch diese großartige Szene, wo, äh, wo Eamon, äh, äh, ja, mehr oder weniger eigentlich nur noch darauf lauert, dass, dass er, äh, zum Nachfolger ernannt wird und sich dann auch einfach die Kugel nimmt wie aus so einer Obstschale. Und dann haben wir ja diese ganz lange Einstellung von Olivia Cooke, äh, wo wirklich nur, das war super, ja, wo nur über ihre Augen erzählt wird, ne? Das lässt so vieles offen, dass du dich fragst, was geht jetzt gerade in der vor? Brut, Panik, hat die einen halben Nervenzusammenbruch oder, was, was, was ist jetzt, denkt sie vielleicht auch, vermisst sie ihre Kinder als Kinder? Ja, ich dachte mir so, sie sieht einfach gerade, was sie angerichtet hat. Weil das ist ja alles, das sind die Samen, die sie, äh, gesät hat. Das ist die, die erntet, was sie sät. Letzten Endes ähnlich wie Cersei, die, äh, die Joffrey zum König aufbaut, äh, und, äh, äh, ihm dann ja irgendwann eine Ohrfeige gibt in der zweiten Staffel, glaube ich. Und er dann so, ja, was, was ihr gerade getan habt, wird mit dem Tode bestraft, ne? Und was ähnliches, was ähnliches hat ja zum Beispiel dann auch jetzt Eamon, äh, irgendwie gesagt, um Helena, äh, irgendwie auch zu drohen, ne? Also es ist eine ähnliche Dynamik. Äh, äh, und was sie, also Alicent dann ja oftmals versucht, oder da gibt es ja so einige Szenen, ist ja, sich reinzuwaschen. So habe ich diese Badeszenen gedeutet. Ist ja etwas plakativ vielleicht, interpretiert, keine Ahnung, aber so habe ich das gedeutet. Sie versucht, sich jetzt reinzuwaschen von all der Schuld, all dem, was sie auf sich geladen hat. Mhm. Sagt dann ihren, äh, Zofen, dass sie sich bitte alleine waschen soll und versucht, sich dann wirklich ganz gründlich zu waschen, geht mit dem Kopf unter Wasser und dann in, äh, Folge sieben war es, nicht wahr? Mhm. Äh, äh, ja, geht sie dann halt in die Wildnis, äh, in den See und taucht völlig unter und versucht, alles von sich zu lösen, völlig frei zu sein. Schöne Szene. Wunderbar. Mhm. Sehr, sehr schön ästhetisch. Aber sie merkt halt, das ist hier nicht auf Dauer. So, dieser, dieser eine Moment, der bringt mir jetzt eigentlich nichts. Ich habe mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert. Ich hatte gedacht, dass viel mehr Leute ihre, äh, in Anführungsstrichen, Badeferien als total langweilig abtun würden. Äh, vor allem war das ja auch durchaus ambivalent inszeniert, ne? Ich kann mich nämlich noch erinnern, das tauchte auch schon im Teaser zur Folge sieben auf und da sah man halt sie so ins Wasser gehen mit Kleinen, da denkt man sich so, was hat die denn jetzt vor? Also das hat ja, also auch schon, wie es dann inszeniert war mit ihren Haaren unter Wasser und so, das legte ja fast schon ein bisschen so zu, 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 zu. Na, irgendwo. Oder wie, wie haben Sie das gesehen? Ja. Also gut, das ist jetzt ein bisschen, ja, was ist das? Sie ist ja sehr am Boden. Ja, aber da war für mich immer noch so, sie hat ja zum Beispiel auch noch ihren Bruder, wo man merkt ja, sie versucht sich an den so ein bisschen zu klammern, der repräsentiert für sie noch so das, was von ihrer Familie noch so übrig ist. Zu ihrem Vater hat sie ja jetzt keinen Kontakt mehr und da versucht sie ja, sie versucht noch diesen Scherbenhaufen, der da vor ihr liegt, noch so zu retten und ich hab's dann aber nicht so gedacht, dass sie jetzt alles völlig hinschmeißt und sich umbringt. Nee. Ich hab's halt so gesehen, sie schmeißt hin, aber sie schmeißt die Macht hin, weil auf eine Weise wollte sie es ja auch haben oder zumindest sie wollte halt immer, sie dachte zumindest, sie müsste oder sie dachte, sie müsste jetzt, ne, diese Stellung einnehmen. Sie dachte jetzt, sie müsste ihre Kinder hier platzieren, pushen, aber, ähm. Weil es ihre Pflicht ist, ne? Genau, ne, weil ihr Vater es ja immer eingetrichtert hat, ne? Und jetzt ist halt so dieser Moment gewesen, wo sie dann quasi, das ist quasi der Beginn der Flucht eigentlich. Man muss bedenken, Otto Heitauer ist da ja auch nicht mehr am Hof, das heißt also auch der Einfluss von dem auf sie ist nicht mehr so da. Und, äh, die Krux bei Alicent ist, das sagt sie ja auch hier am Ende in Folge 8 und fand ich auch absolut nachvollziehbar und vor allem fantastisch gespielt von, äh, Olivia Cooke. Sie sagt da wirklich, ich, ich, ich wusste eigentlich nie wirklich, was ich wollte, ich wollte wahlweise immer nur das, was man, also das, das ist ja so das Ding. Mit beiden Figuren, Rhaenyra und Alicent, deren Freundschaft wird letzten Endes zerstört durch die äußeren Einflüsse, also Erwartungsdruck von außen und generell dieses ganze System, in dem sie leben. Ähm, mir, mir ist das auch aufgefallen, ähm, gerade in dieser Badeszene, am Anfang, also da spielt Javadi, äh, Ramin Javadi auch mit der Musik, am Anfang ist das noch dieses Green Theme, hab ich's ja getauft. Und dann entwickelt sich daraus aber durchaus was Eigenes, was so fast ein eigenes Thema für Alicent sein könnte an der Stelle. Fand ich, fand ich sehr gut und auffällig ist auch, ist, ist euch mal aufgefallen, dass sie über die ganze Staffel hinweg, also, äh, Valentin, du hast ja, äh, meintest ja, du hast jetzt nochmal die Rewatch gemacht extra hierfür. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass sie in keiner Szene mehr so richtig grün trägt? In der letzten Szene mit, äh. Ja, in der letzten Szene dann ganz klar nicht mehr, da trägt sie helles Blau. Und wann hat sie das zuletzt getragen? Wann, wann hat sie helles Blau zuletzt getragen? Äh, ich nehme schwer an, als sie noch von, nicht Olivia Cooke, sondern von, äh, der jüngeren Darstellerin verkörpert wurde. Emily Carey, genau. So nämlich, ja. Genau. Und, äh, den Übergang hast du halt vor allem in der Badeszene sehr präsent, da trägt sie Türkis, ne? Also, das ist der genaue Übergang von Grün, Türkis, Blau. Ich liebe diese, diese Farbpsychologie in ihren Klamotten, das so cool gemacht. Mhm. Und auch in ihrem Schmuck, in, in ihrem Schmuck auch, ne? Also, äh, man kann ganz genau sehen, dass die bei öffentlichen Anlässen, äh, oder eigentlich nur noch bei öffentlichen Anlässen, also wenn sie halt noch was Außen hin darstellen will, dann trägt sie diesen, diesen siebenzackigen Stern, den trägt sie aber zum Beispiel in Folge 8 dann, also in Folge 8 trägt die überhaupt keinen Schmuck mehr. Stimmt. Nur noch irgendwie Ohrringe, sonst gar nichts mehr. Das, das sagt einfach auch viel aus, ne? Ich mein, die ist ja, die ist ja extrem fromm, ne? Da gibt's ja nichts. Aber, äh, also da, da muss man wirklich mal drauf achten und generell Olivia Cooke hat so, hat so großartige Nuancen in ihrem Spiel. Ihr müsst mal drauf achten, als sie, äh, in der, in der dritten Folge, als sie hier, äh, Gwaine vorstellt, also als Gwaine kurz über Otto spricht, da knibbelt die an ihren Nägeln. Also genau, genau in dem Moment oder auch in einer Radszene, wo sie irgendwie die Finger oder, oder die, die Hand so über die Tischdecke gleiten lässt, so fast als würde sie den Drang unterdrücken, wieder an ihren Nägeln zu knibbeln oder zu kauen, was sie sehr viel in der ersten Staffel gemacht hat. Das hat die im Gespräch mit Rhaenyra auch gemacht, bevor die so eine Entscheidung dann getroffen hat. Ja, richtig, richtig. Groß, großartig. Das find ich auch, also bei ihr sind so viele Details drin im Charakter, das ist echt Wahnsinn. Ja, weil ich nämlich auch schon von vielen gehört hab, dass, äh, Olivia Cooke, ja, die hätte ja immer gefühlt den gleichen Gesichtsausdruck und ich denk mir so, wie bitte? Die hat, also allein in dieser Szene in der Septe, hat die so ausdrucksstarke Augen. Ja, ich, so, so, so ein kleines bisschen würde ich da mitgehen, weil, was ja auch das Ding ist, äh, es werden ja insgesamt in der Serie, werden nicht, es wird jetzt keine, ja, es wird jetzt keine so große Emotionsriege aufgefahren, wie in einem Film, den ich leider nicht gesehen habe, wie in Alles steht Kopf, eins und zwei, so, ne? Also, wann sieht man denn hier zum Beispiel, ja, sorry, wird noch nachgeholt, wird noch nachgeholt, aber wann sieht man denn hier zum Beispiel einen Charakter mal wirklich herzlich lachen, sodass, dass er wirklich fröhlich ist, unbeschwert, ja, das passt ja auch in die, in die Story nicht rein, so, und deshalb finde ich, äh, die Kritik, ja, sie hat ja oftmals nur das eine Gesicht, an manchen Stellen schon, da, da passiert nicht allzu viel im Gesicht, würde ich, würde ich bei manchen Szenen auch mitgehen, aber, äh, das ist nur logisch, weil das halt eine unfassbar angespannte Gesamtsituation ist, wo man jetzt nicht so, sich wahnsinnig emotional verändert. Ja, und das ist einfach auch nicht Teil ihres Charakters, also, das war auch schon in der ersten Staffel nicht so. Die ist jemand, also, ich meine, die findet ja am Ende mehr oder weniger eigentlich zu sich selbst, ne? Die hat sich vorher eigentlich immer nur was vorgemacht und, äh, äh, vor allem musste die ja auch eine Ehe führen, das kommt ja auch nochmal in Folge 8 sehr gut durch. Auch wenn man das ja schon irgendwie weiß, letzten Endes, äh, durfte sie immer damit leben, dass sie nur zweite Wahl ist, ne? Beziehungsweise eigentlich nur dazu da, um, äh, Erben in die Welt zu setzen, ne? Aber, äh, da ist dann ja auch, äh, im Hinblick dann auf Staffel 3 spannend, äh, also, da gab's ja diese Szene mit ihr und, äh, ihrem Bruder, wo sie dann so sicher gehen will, Ja, hab ich denn wenigstens einen gescheitenden Sohn in die Welt gesetzt? Na, wenn der denn mal auch wirklich so gescheit ist, das ist ja bisher nur Behauptung. Ja. Ja, der, der ist ja, der ist ja nicht mal besetzt, äh, aber ich freu mich sehr auf, äh, Darren. Aber der kam doch auch ein bisschen aus dem Nichts, also, bei der, in der ersten Staffel dachte man eigentlich, die haben den jetzt einfach gestrichen. Und dann wird das in der zweiten Folge so erwähnt, so, ach ja, ja, ich, ich, ich geh zurück nach Alsas und ach ja, du hast ja da noch einen Sohn. Ach, den haben wir ja völlig vergessen. Ich hab ihn auch völlig vergessen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Der wurde auch nie erwähnt. Der wurde, der wurde, der wurde, der wurde nie erwähnt in, äh, Staffel 1 und, ja, das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße, ne? Ja, aber was ihnen auch so ein bisschen auf die Füße fällt, äh, in der, äh, Staffel und darauf möchte ich mal zu sprechen kommen, hattet ihr auch das Gefühl, dass manches nicht so rund wirkt in dieser Staffel? Also, dass manche Folgen auch, wir, wir, wir haben es im, im Podcast Splitterdramaturgie genannt. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht konkretisieren? Was ist damit gemein, genau? Naja, dass du halt, dass, dass, äh, viele, äh, Szenen oder einige Szenen manchmal so ein bisschen im Luftfluss, leeren Raum, äh, äh, vor sich hinhängen? Ja. Ähm, also, nicht so, dass das völlig zusammenhanglos, aber dass wir halt so Sachen sehen, vor allem jetzt in der achten Folge gibt es Szenen, die dauern kaum eine Minute. Ja. Bestes Beispiel, Rena sucht nach dem Drachen. Aha. Ja, oder eben auch, äh, Baylor und, äh, Jokaris. Ja, in der zweiten Folge. War auch irgendwie, äh, ja, okay, jetzt werden die auch nochmal etwas beleuchtet, aber es überträgt sich nicht so richtig. Ja, das ist, das ist, äh, schade. Das war viel zu kurz einfach, dass du jetzt mal so auch deren Perspektive so wirklich einnehmen konntest. Ja, und sie haben vor allem auch so die Kinderkrankheit, das hab ich so auch so im Nachhinein festgestellt, also jetzt auch zum Beispiel im Hinblick auf die Daemon-Handlung. Äh, in Game of Thrones wäre es so gewesen, dass da auch mal Folgen gewesen wären, wo Daemon einfach nicht vorkommt, wo der einfach mal aussetzt. Stimmt, ja. Ja, und hier haben sie aber irgendwie so den Drang, alle Storylines in jeder Folge einmal abklappern zu müssen. Mhm. Ja, und das frisst halt irgendwie Zeit und stört auch so ein bisschen den Rhythmus, finde ich. Also gerade das mit Rena, das wirkt so richtig beiläufig reingeworfen, obwohl es ja eigentlich wichtig ist, ne? Ja, ich hab mich dann zum Schluss halt einfach nur noch gefragt, da war ich etwas verwirrt, wie sie denn jetzt so sicher sein kann, dass sich dieser wilde Drache ihr auch beugt, warum ist sie so überzeugt davon? So, das hab ich nicht verstanden, ihre Hartnäckigkeit, dass sie dort jetzt alleine, ja, Stunden, Tage lang durch die Ödnis zieht, ähm, das hab ich irgendwie nicht so richtig kapiert, einfach muss ich sagen. Wieso die davon jetzt so überzeugt war, ja, diesen wilden Drachen, der wird es sein, den brauche ich und der wird sich mir auch beugen. Das ist ja, ich meine, wir haben ja gesehen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ein Drache sich auch jetzt der Person, die ihn darum bittet, äh, sich unterwirft. Es ist halt komisch bei ihr, weil sie ja eigentlich auch quasi so ein bisschen so ein Trauma hat, also, weil es wurde ja mehrmals erwähnt, dass es bei ihr nicht funktioniert hat und, äh, sie vielleicht auch sogar fast gestorben wäre dabei. Wäre nicht. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, wie grauenhaft das eigentlich ist. R.I.P. Sir Stefan, ich mochte ihn sehr gerne. Ja, also, keine Ahnung, also, vielleicht wird es einfach erklärt, innere Intuition. Wollte man schon sagen, er hat gebrannt für seine Sache. Er hat gebrannt für seine Sache. Ja, ja, sicher. Aber er hat auch zum falschen Gott gebetet vorher. Aber, äh, Rainer, also, da, da ist halt das Ding, das wisst ihr ja nicht im Hinblick auf die Vorlage, dieser ganze Rainer-Plot, der kommt wirklich aus der, Serie heraus, weil den Drachen Schafsdieb, den, äh, zähmt eine andere Person, die komplett gestrichen ist und deren Rolle Rainer jetzt einnimmt. Irgendwo kann ich das auch verstehen, dass man der Figur ein bisschen mehr zu tun geben will, weil die hat ja schon, die hat ja eigentlich schon echt einen undankbaren Job einfach, ne? Also, die Kinder hüten, während andere in den Krieg ziehen, äh, wobei es ja eigentlich wichtig ist und sie dem Ganzen aber nicht die Wichtigkeit einräumt, weil, ganz ehrlich, irgendwo ist das auch ziemlich verantwortungslos, was sie da macht. Ich mein, sie, ja, gut, sie wartet, bis die Tore geschlossen sind, aber keiner merkt das, dass sie sich abgesetzt hat und sie lässt die, also, man, man muss sich vorstellen, Rhaenyra hat ihr aufgetragen, wie eine Mutter zu sorgen für ihre, für ihre Jungs und die lässt die einfach eiskalt stehen, um sich den Drachen zu holen. Die lässt die mit Wildfremden einfach weggehen. Das ist jetzt interessant. Also, im Nachhinein. Weil, das hatte ich gar nicht so gecheckt, wenn's denn, ich denke mal, du wirst jetzt damit im Recht sein mit deiner Interpretation, dass sie das macht, ohne dass ihre, ihre, ihre Schutzbefohlenen jetzt davon wissen, dass sie sich einfach absetzt. Ich dachte irgendwie, ja, die, die, die werden das schon untereinander geklärt haben, aber nein, scheinbar nicht. Ja gut, das ist, äh. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist interessant. Die wartet ja extra, die wartet, bis die Tore geschlossen sind und bis die, 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 äh, lässt sich ja so ein bisschen zurückfallen, ne? Ja, stimmt. Und, äh, und dann sucht sie, sucht sie nach dem Drachen und, äh, ja gut, es ist jetzt auch die Frage, wie sie das machen wollen, also, ja, ich nehme an, sie wird dann jetzt einfach demnächst auf Schafsteep angeritten kommen, äh, weil das aus dem Buch, also, im, im Buch ist das so, die, äh, da versuchen mehrere diesen Drachen zu zähmen, einer verliert sogar einen Arm dabei. Na, wenigstens nur den Arm. Ein guter Deal. Aegon wäre froh, wenn er nur einen Arm verloren hätte. Ja, wahrscheinlich. Ja, also, im, im Buch verliert er jedenfalls nur einen Arm und dieses Mädchen, äh, Nessel heißt die im Buch oder Nettles im Englischen, die schafft es tatsächlich, den Drachen, äh, zu zähmen, indem die ihn irgendwie konditioniert mit den Schafen oder irgendwie sowas ähnliches. Aber das haben sie jetzt hier weggelassen und, ja, das ist so ein Plot, ich, ich weiß nicht. Also, da haben wir halt dieses Bild von, von Splittern, ne, dass, dass das eigentlich so eine Plotline ist, die man, sagen wir mal, in zehn Minuten eigentlich abfrühstücken könnte und die man jetzt so zerschnitten hat, diese zehn Minuten und dann verteilt hat über, ja, die Hälfte der Staffel eigentlich. Natürlich, weil ansonsten passiert da ja nicht viel, auch wenn ich gerne eigentlich mehr von, äh, Lady, äh, Jane gesehen hätte, auch wenn die wahnsinnig unsympathisch war. Ja, ja, ich würde sagen, die hat, für mich hat die gar nicht so viel Raum bekommen, als dass ich die jetzt groß, sympathisch oder unsympathisch hätte finden können. Die war irgendwie so, ja, hm, okay. Ja, die war schon, also, allein wie beiläufig die, äh, Rainer so erzählt hat, ach ja, übrigens, ja, herzliches Beileid für den Tod eurer Großmutter und weg ist sie. Also, das war schon so, hm. Ja. Und, äh, die ist ja auch eher so, ne, also, die ist ja nicht so begeistert von den Drachen auch. Aber diese, diese, äh, etwas unbeholfene Dramaturgie, hatte ich ja schon gesagt, in, in, äh, Folge 8 bricht die sich wirklich Bahn und da bekommen wir dann, also, da trete ich jetzt auch mal die Tür ein. Wie irritiert wart ihr eigentlich vom Anfang von Folge 8? Ja, schon, schon etwas. Was ist passiert? Ich muss mich, äh, ähm, es geht nach Esmos. Es geht nach Esmos, ein kleiner Affe, Busch da umher. Und, äh, ich hab erst mal gedacht, hab ich jetzt irgendwie die falsche Serie angefangen, irgendwie. Ja, total, total, same. Ach Gott, äh, musste man das sehen? Ja, das ist die Frage. Hätte man das nicht einfach so in so zwei Sätzen, ja, es war hart, aber ich hab's geschafft. Und, äh, stattdessen verfilmen sie hier eine Randnotiz, die auch wirklich im Buch nicht viel einnimmt und wo ja eigentlich Otto Hightower den ganzen Spaß mitmacht, soweit ich weiß. Das hätte ich lieber gesehen. Oh, den, ja, den hätte ich lieber gesehen. Oh mein Gott. Beim Matt Ketschen. Otto M. Matt, ey. Also, ich, 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 ich hab mit diesen Szenen, hab ich dasselbe Dilemma wie mit Harrenhall. Ich mag die Szenen insgesamt und ich fand das auch echt amüsant, keine Frage. Ja. Aber es kommt zu spät und es ist letzten Endes auch etwas, was wir einfach nicht brauchen und schon gar nicht in einem, also wirklich, als, als ich mir, als das anfing, Staffelfinale, ernsthaft, ihr macht jetzt einen Subplot auf, der jetzt nicht, wer weiß, wie was einnimmt, aber der trotzdem Zeit frisst und, äh, weiß ich nicht, also, ach, das war echt. Ja, genau das. Weil du, du sitzt ja da und du denkst, so, wir kriegen jetzt so ein geiles Staffelfinale. Ja, ja. Und dann chillen wir da drüben in Essos und wir suhlen uns im Matsch. Ja. Ich denk mal, ich denk mal, diese, diese Frau, der Käpt'n, wird ja jetzt noch in der nächsten Staffel eventuell eine Rolle spielen, deshalb musste man jetzt irgendwie diesen Charakter einführen, aber hätte man das nicht theoretisch auch in Staffel 3 machen können? Ja, oder Offscreen auch. Ja, die begeben sich ja am Ende schon dann, äh, auf See natürlich, ne, also. Ja, okay, so, ne, als, äh, ne, um zu zeigen, okay, wie grad die Lage ist, ne. Da wird natürlich auch, also hab ich ja auch schon gesehen, äh, werdet ihr ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, also Folge 8 wird ja durchaus sehr, sehr gemischt aufgenommen, was man ja auch verstehen kann durchaus, aber, äh, das Ganze hat auch wahrscheinlich wieder Review-Bombing zu spüren bekommen, wegen, äh, dieser, äh, Darstellerin, die ja irgendwie ne Transperson ist, die auf YouTube nen Philosophie-Kanal hat, tatsächlich, unter anderem. Echt? Äh. Eigentlich cool. Und im Buch, im Buch ist die ein Mann, äh, und hier haben sie's aber so gedreht, also Ryan Condell hat es auch nochmal bestätigt anscheinend in einem Podcast, wie ich's jetzt gelesen hatte, Also, der Rest der Triarchie glaubt, dass sie ein Mann ist und die ganzen Frauen hat sie, um das zu untermauern, tatsächlich. So. Und ich fand ja, ich, ich fand ja ihren Umgang mit, mit Tillen, muss ich ja, muss ich ja sagen, fand ich ja auch irgendwie, ich, ich fand es echt wirklich ganz amüsant, aber ich hab mir wirklich die Frage gestellt, zum einen, brauchen wir das? Dafür geht, äh, kostbares Screentime drauf und zum anderen, das Budget, was ihr hier reingepumpt habt, Ich mein, ganz ehrlich, das sind schon ganz schön aufwendige Kostüme und auch dieser Drehort wirkte sehr exotisch, wo, äh, obwohl ich am Anfang, also, wo der Affe da ins Zelt geht, das sah ein bisschen billig aus, war nicht? Ja. Ähm, ja. Aber, und der Affe selber auch eher so, äh, ähm, aber das war trotzdem nicht ganz billig und ich denk mir so, ja, mein Gott, also für diesen Fillerplot, der letzten Endes auf dem Bierdeckel gepasst hätte. Ja. Und das ist, also, ich mein, es, es gibt ja wirklich viele, die behaupten, diese ganze Staffel wäre ja nur Filler. Also, vor allem bei Folge 5 hab ich das gehört, die wurde ja nur als Filler, äh, empfunden, wo ich mir dann denke, aha, ne Folge, wo Aegon komplett entmachtet und gegrillt, äh, gegrillt worden ist, äh, und wo Aemond die Macht an sich reißt, die soll also Filler sein, okay. Ich find, es ist ne Staffel, die sehr viel vorbereitet auch. Ja, das ist es. Das ist das Stichwort. Es ist keine Filler-Staffel, es ist ne Brücken-Staffel. Ja, es ist ein netterer Begriff. Es ist ein zutreffender Begriff. Ja. Filler ist eigentlich, äh, Filler ist zu gemeingesagt, weil es passiert ja was. Es passiert eigentlich, es passieren wirklich auch wichtige Sachen. Sehr wichtige, ja. Ja, und, äh, ja, auf jeden Fall passiert ja was, das stimmt ja nicht. Es ist halt nur nicht so actionreich, deshalb sagen vielleicht Leute, dass es Filler ist. Also, ich glaube nicht, dass du die jetzt die dritte Staffel gucken könntest, ohne die zweite gesehen zu haben. Das wollte ich gerade sagen. Das wird nicht funktionieren. Stimmt, das impliziert ja Filler, dass du es überspringen kannst, ne. Gibt's ja zum Beispiel in Anemis ganz oft. Und, und, da würdest du ja nichts verstehen. Absolut. Also, da würdest du dich dann fragen, wo kommen die ganzen Drachen her? Wo kommen die ganzen Drachensamen her? Warum ist Aegon nicht mehr König? Und warum, äh, riecht er wie geräucherter Speck, ne? Also, äh, das, das kannst du nicht einfach so skippen. Äh, aber Melanie, du hast es schon richtig gesagt, es ist Aufbau. Und, äh, ich muss sagen, darunter leidet auch das Finale. Ja. Weil, man hat sich ja so gedacht, ich mein, es war ja schon, also, bis auf Folge 4, die fantastisch ist nebenbei, gab es ja, hast du ja schon gemeint, es gab wenig Action. Und, man ist dann aber doch so dran geblieben bei diesem relativ gediegenen Plot, weil man sich dachte, oh, sie werden das ja wohl jetzt irgendwie mit einem großen Knall beenden. Mhm. Ja, und dann guckt man Folge 8, und die geht länger, und die geht länger, und die geht länger. Ich würde auch nicht sagen, dass die keine Höhepunkte hat. Hat sie. Aber die hat zu wenig Höhepunkte. Äh, es ist nicht der Höhepunkt, den man erwartet hat. Also, ich finde auf jeden Fall die Szene mit Damon und Rhaenyra absoluter Höhepunkt. Mhm. Auch eine Konklusion von Damons Charakter. Ja. Und natürlich auch die Szene Rhaenyra und Alicent. Aber, ähm, ich fand halt auch, und das sagen halt viele, es ist ein Trailer gewesen für Staffel 3. Ja, die Montage am Ende. Das ist ein bisschen hart. Es ist hart, aber, ja. Ja, die Montage am Ende ist ein Trailer für Staffel 3. Also, so toll ich die auch fand, musikalisch, inszenatorisch. Das ist ein Trailer. Tut mir leid. Mhm. Also, allein schon, dass wir völlig, völlig ohne Zusammenhang vor den Latz geknallt kriegen, dass Otto Hightower gefangen worden ist. Wobei, da kann ich, da kann ich jetzt was zu sagen. Im Podcast war ich da so ein bisschen ratlos und auch ein bisschen ausgezehrt, vielleicht nach vier bis fünf Stunden. Oder kommen wir doch erstmal zu, habt ihr eine Vermutung, wer ihn gefangen haben könnte? Ich hab, erstmal hab ich gar nicht gecheckt, dass er jetzt wirklich gefangen ist. Für mich sah er im ersten Moment total elends besoffen aus. Er war nicht gut aus. Er kommt nicht gut damit klar, dass er gekündigt wurde. Er ist in irgendeiner Kneipe versackt oder so. Irgendwo in Flea Bottom oder so vielleicht. Keine Ahnung. Und dann hab ich aber auch die Gitterstäbe gesehen und dachte, oh, wie, jetzt wird der, also, gut, das macht ja dann auch Sinn. Alicent hat überhaupt nichts mehr von ihm gehört und da hat man sich schon so ein bisschen fragen können, ja, was ist denn jetzt mit ihm los? Ist er tot? Ist er eben gefangen genommen? Ja, ist der wohl? So, jetzt möchtest du eine Vermutung hören, wer ihn gefangen genommen haben könnte. Da steh ich ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Ich auch. Nee, weiß ich nicht. Also klar, er hat sich ja, denke ich mal, viele Feinde gemacht, aber ja, primär ja auf Seiten der Blacks und wenn die den gefangen genommen hätten, dann wüssten wir das ja schon. Also es muss ja irgendwer anderes noch sein jetzt. Oder wir haben es eben nicht gezeigt bekommen. Also im Podcast war ich auch wirklich ein bisschen ratlos, hab einfach mal so drauf getippt, weil er ja meinte, er wollte nach Highgarden, dass es die Tyrells sein könnten. Äh, ich glaube aber eher, dass Lord Larys dort seine Finger im Spiel hat, weil der sollte ihn ja bekanntermaßen an den Hof zurück beordern. Und, äh, ja, der kann ja auch dafür gesorgt haben, dass er eingekerkert wird, ne? Und er war ja noch so pisst. Ja, richtig. Er ist ja auch so eine Art Kerkermeister in der ersten Staffel gewesen zumindest und jetzt eigentlich ja mehr oder weniger auch immer noch. Ja. Das würde ziemlich gut passen. Also das wäre jetzt so das, weil, äh, ich meine, er schafft ja auch Aegon, äh, aus der Stadt. Hat man das nicht direkt und davor oder danach gesehen auch? Ja, doch schon. Ja, und der Schnitt ist ja auch sehr gut von, äh, von der letzten Folge. Also über vieles kann man ja streiten, aber der Schnitt ist, ist großartig hier. Und wahrscheinlich auch völlig beabsichtigt in der Hinsicht. Aber welchen, welchen Zweck verfolgt denn, wenn es denn Larys ist damit? Hm, na ja, dass, ähm, dass er Otto irgendwo auch kalt stellt, dass er, äh, damit, also man muss bedenken, er versucht ja jetzt wirklich alleine auch oder im, im Alleingang auf eigene Faust Aegon, äh, zu manipulieren, ne? Und da will er wahrscheinlich auch keinen Nebenbuhler haben und außerdem will er Aemond natürlich auch noch eins auswischen, in dem der immer noch ohne Hand dasteht. Hm. Na? Und die Hand ist ja sehr wichtig. Ja, aber ich frag mich dann nur wieder, wie das langfristig geschehen soll, dass da nicht einmal irgendwie mal nachgehakt wird und, äh, versucht wird, den zu finden. Das bleibt abzuwarten, es ist auch eine Abweichung vom Buch, also ich kann da nur Vermutungen drüber anstellen. Äh, ich bin eh gespannt, wie viel wir von Rise Ithons noch sehen werden in Staffel 3, weil, na ja, äh, es werden auch so langsam Köpfe rollen, ne? Aber, äh, äh, jetzt macht mir keine Angst. Äh, äh. Ja, und der Simon ist ja auch noch da, stimmt. Ja, der muss bleiben. Der muss am Ende auf den Thron sitzen, sonst bin ich weg. Äh, bevor wir da aber nochmal, äh, zu blicken, möchte ich nochmal was zu Damon sagen. Denn, äh, ich muss sagen, ich hab mich bei der Haaren-High-Storyline, also ich will's jetzt nicht so hart ausdrücken, wie der, wie der Kollege Sven, der meinte, er fühlt sich wirklich verarscht. Oh. Aber ich muss sagen, ich habe da auch immense Schwierigkeiten mit, äh, den Bezügen, die ja aufgemacht werden zu Game of Thrones. Also das ist mir zu viel, zu viel Fanservice an der Stelle und das betrifft jetzt nicht mal unbedingt hier den dreiäugigen Raben, den wir da sehen, da stimmt ja sogar die Verbindung zu Alice Rivers. Äh, mehr dazu im Recap. Aber mir ist das Ganze drumherum zu viel und zum einen frage ich mich, hat, hat diese, die, diese ganze Vision-Parade, war die jetzt dazu nötig, um ihn dort an den Wehrholzbaum zu treiben? Und wäre er nicht eigentlich genau an demselben Punkt, wenn er diese Vision nicht gehabt hätte? Weil dieses Eingeständnis, dass Rhaenyra die rechtmäßige Herrscherin ist, das müsste er doch schon vorher durch diese, die, die, diese ganzen Gewissensbisse gehabt haben. Und dass das jetzt so ausgelagert wird auf, oh, er hat einmal eine Kristallkugel gesehen und ist jetzt komplett geläutert, vor allem muss man sich die Frage stellen, äh, klar, er selber weiß nicht, was da kommt, aber wir als Zuschauer wissen es. Wir als Zuschauer wissen es und ich weiß auch nicht, ob es so, also ich stell's mal wirklich in den Raum, ist es so eine gute Idee, dass House of the Dragon immer und immer wieder zurückkommt auf diesen Eis- und Feuermythos, wo wir ganz genau wissen, was da am Ende herauskommt und wo auch, ich weiß nicht, da raubt die Serie sich auch selber irgendwie Impact oder wie, wie beurteilt ihr das? Kurz und knapp, nein, auch ich sehe da keinen großen Mehrwert drin, weil darum geht es hier doch nicht. Ja. Es geht hier nicht drum, das ist nicht A Song of Ice and Fire, das habt ihr bereits erzählt, diese Story ist vorbei. Und dann die White Walker nochmal zu zeigen, den 3-8 Raven nochmal zu zeigen. Daenerys, Daenerys hätte ich nicht gebraucht, Daenerys hätte ich nicht gebraucht, überhaupt nicht. Es war zwar toll inszeniert, aber nee. Es wird wirklich nochmal so ein bisschen nochmal richtig so aufs Brot geschmiert, guck mal, ja, das gab's hier auch noch und das ist alles noch die gleiche Welt und das ist nicht noch alles. Ja, das wissen wir doch alle. Ja, eben. Und viele werden auch nicht gerne erinnert an Staffel 8, also dazu gehöre ich jetzt nicht, aber ich meine, die Serie muss das auch wirklich, also das zieht sich auch schon seit Staffel 1 durch. Ich meine, man muss ja wissen, also ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, diesen Mythos, also dieses Familiengeheimnis, das Lied von Eis und Feuer, das gibt es in der Vorlage nicht. Ach so. Ja, genau. Wie, 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 wie ist, also ist bei dir auch nicht so insgesamt so gut angekommen, Melanie, wie ich es jetzt rausgehört hab, oder? Äh, das Problem, was ich mit der Szene hab, ich kauf halt, ich kauf der Szene halt nicht ab, dass die Damon jetzt komplett umstimmt. Ja. Deshalb sehe ich dann eben auch den Zweck im Endeffekt nicht. Weil, wie gesagt, warum soll ich ihm das jucken? Er ist total egoistisch. Er hat auch seiner Frau geschworen, das und das und macht dann das, also weil er eben ein Egoist ist und eben auf sein Erbe behaart. Obwohl er hat sich natürlich schon irgendwo entwickelt, ne, also diese Vision, die haben schon Eindruck hinterlassen. Aber ich dachte mir wirklich so, also theoretisch hätte ihm Alice Rivers eine einzige Vision zeigen müssen. Das, das andere, diese ganze Entwicklung dahin ist irgendwie fast witzlos gewesen. Und dann frage ich mich, äh, also wenn wir das schon haben müssen, brauchen wir wirklich so viele Visionen, die uns wirklich von allen Seiten Demons Charakter beleuchten. Muss der so durchpsychologisiert werden? Das, das ist echt schade. Und ich meine, auf der Haben-Seite haben wir natürlich, äh, Matt Smith, der auch mal wirklich andere Facetten dieser Figur zeigen kann. Also ich finde, der hat das auch großartig gemacht, wenn der wirklich total verängstigt ist, total verwirrt ist, total überfordert ist. Ich bin bei dem so gerne im Gesicht. Ich finde, der macht das so gut im Gesicht. Matt Smith ist wirklich, äh, der rasiert diese ganze Serie. Der ist, der ist wirklich, der ist perfekt besetzt als Damon. Ich finde halt, wenn man jetzt mal das, was er sagt, für wahre Münze nimmt, ja, dass er also sagt, du Renira, pass auf, da gibt es eine Gefahr, die kann ich noch nicht, die können wir alle noch nicht so richtig einschätzen, aber die ist da, das habe ich gesehen. Und wir müssen uns jetzt dagegen wappnen. Ja, aber das, das, das wirkt dann, ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das wirkt dann so ungelenk, dass es dann extra Renira dafür braucht, dass sie diese Gefahr abwehrt. Also das eine hat doch mit dem anderen eigentlich nichts direkt zu tun. Er hat ja praktisch schon dieses Heer aufgestellt und wenn er wollte, dann könnte er das auch völlig für sich alleine haben. Also das jetzt, ja, das ist wirklich der logischere Gedanke bei ihm. Genau, ja. Dass jetzt durch diese Vision eine Art treue Gedanke in ihm aufkommt, das hat sich für mich gar nicht übertragen. Ja, und das ist auch irgendwie wieder so ein bisschen, ja, es ist fast ein bisschen faul irgendwo, ne, es ist so dieses, ja, jemand trinkt einen Zaubertrank und ist dann völlig verändert, ne, Grüße an Dune 2. Das mochte ich auch nicht. Ich mochte den ganzen Aufbau zu der Szene auch nicht. Weißt du, die sitzt dann daneben in seinem Zimmer, also auf seinem Bett, meint so, ja, komm mal mit. Die Therapeutin, ja. Ja, und dann komm mal mit und dann hier und dann so und dann das und dann boom, transformiert. Ja, das ist so, ja, ich würde nicht sagen, transformiert, er hat ja schon eine Entwicklung, also. Ja, das ist ein zu breiter Spagat. Er lässt sich auf dieses übernatürliche Zeugs ja einig. Ich fand's ja auch ganz ironisch, wo sie irgendwie so bedeutungsschwanger vor sich hinreden. Sie so, hä, ihr spottet ja gar nicht mehr über mich. Ja, ich hab's aufgegeben. Das fand ich, das fand ich schon herrlich an der Stelle, muss ich sagen. Einsichtbar. Äh, eins muss man sagen, die Haarenhall-Storyline, so verflucht sie in Teilen irgendwo auch ist, die hat eine der besten Szenen der ganzen Staffel zu Tage gefördert, nämlich der Auftritt von Lord Oskartali, ne, also das war, das war großartig. Ja, der war, der war echt cool. Der hat mich so ein bisschen an hier, ähm, wie hieß sie noch, die, die Kleine von der, von der Bäreninsel. Lady Mormont. Genau, die ja dann, äh. Ellie in The Last of Us. Richtig, in The Last of Us mitgespielt hat. Ja, also es ist, ich, ich weiß nicht, ich, ich hab auch den Eindruck, das ist aber so generell auch die Kinderkrankheit schon bei der ersten Staffel gewesen, also ihr würdet es auch so sehen, House of the Dragon muss sich, glaube ich, echt noch stärker von Game of Thrones emanzipieren, oder? Dieser, dieser, ich mein, ich, ich versteh das, ja, es ist auch jetzt irgendwie ein Franchise, es kommt ja auch noch viel, viel mehr, erzählt doch einfach eure Geschichte und erzählt nicht ständig, oder nehmt nicht ständig Bezug auf, auf Staffel 8, das tut dem Ganzen nicht gut, wirklich. Man muss halt einfach sagen, man hätte es auch, wenn man, also man hätte es auch anders machen können, man hätte es auch anders inszenieren können. Ja, weniger on the nose, ne, einfach. Zum Beispiel, äh, hätte er ja mal eine Vision davon haben können, wie sähe jetzt die Zukunft aus, wenn er das Ganze anführt und wenn er Rhaenyra verstößt, das, das ist ja das, womit er die ganze Zeit so geliebäugelt hat, aber genau das wurde ihm jetzt nicht prophezeit. Das wäre ja, ich finde, das wäre konsequenter gewesen. Was haltet ihr eigentlich von der Version der Vision, wo Viserys ihm das gesagt hätte? Das, das Lied von Eis und Feuer meinst du? Ja, stimmt. Ja, genau, er hat es ihm ja nie anvertraut, weil er ihn ja irgendwie nie, und das ist ja auch ein bisschen das, was Daemon ja immer daran gestört hat. Mhm. Oder? Dass er, dass er es nie, oder, oder, das war ja das, warum er so sauer war in dem Streitgespräch aus Staffel 1 noch. Genau, da. Und wo Rhaenyra so war, hat es dir nicht gesagt, ne, was dann wieder so ein Dolch in seinem Herzen war. Ja, und vor allem, äh, Daemon, ihr müsst mal drauf achten, äh, irgendwelche Streitsituationen, äh, sobald es auf seinen Bruder kommt, ist das für ihn der Siedepunkt. Ja. Also wirklich immer, die, 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 also, äh, du hast ja hier, äh, aus Staffel 1, das, was Rhaenyra da sagt, das sind praktisch die Worte seines Bruders und deshalb wirkt er sie auch an dieser Stelle. Da wird, da wird er handgreiflich. In der zweiten, äh, Staffel hat er dann ja in dieser Szene dazugelernt, da ist er nämlich im Begriff, das zu tun und macht es dann doch nicht, ne. Äh, dazu soll man übrigens auch anmerken, die haben, äh, also, das hat, äh, Emma Darcy auch nochmal deutlich gemacht, äh, nach Staffel 1, ähm, die führen keine toxische Beziehung eigentlich. Also, der ist ihr vorher gegenüber nie handgreiflich geworden oder so, ne. Und das ist noch besser so. Ja, das ist definitiv besser. Also, wehe, wehe, ich seh das nochmal. Dann ist ja aber Schluss. Aber, aber, aber da können wir, da können wir nochmal, äh, vielleicht auch mal zu Rhaenyra kommen und, äh, vielleicht auch den Bogen zum Anfang des Podcasts schlagen, nämlich dieses Team Grün oder Team Schwarz. Und ich hab ja schon oft vernommen, auch von Kollegen, die meinen, Rhaenyra wird zu sehr, also, das hatte ich auch am Anfang der Staffel gesagt und auch so noch in der Mitte. Die Serie schlägt sich zu sehr auf Rhaenyras Seite bis zu einem bestimmten Punkt. Würdet ihr das auch so sehen oder wie, wie ist das? Also, es ist ja insofern schon etwas durch Staffel 1 vorbereitet worden, als dass sie ja wirklich die zentrale Hauptfigur war und dass wir mit ihr mitsympathisieren und mitfiebern sollten. Das wurde uns in den ersten Folgen von Staffel 1 ja auch noch wirklich recht einfach gemacht, weil, ähm, dass Millie Alcock da ja so mit so einer, mit so einem jugendlichen Charme einfach rübergebracht hat, wo du gar nicht, gar nicht anders konntest, als mit der zu sympathisieren. Und insofern hat sich das dann, das hat sich dann auch durchaus gut, richtig, richtig gut weitergezogen mit Emma Darcy. Und ja, dann fehlt aber vielleicht doch tatsächlich auf der anderen Seite so ein Charakter, mit dem du genauso empfindest, der genauso so einen Charme rüberbringt oder auch so eine, so eine Ernsthaftigkeit. Ich finde, Emma Darcy bringt in vielen Szenen eine wirklich gute Ernsthaftigkeit rüber, dass sie diese Sache, wie viel ihr die eigentlich bedeutet und wie viel sie empfindet, auch gegenüber Aegon und Aemond, die ja gar keine Szenen miteinander haben, aber du merkst trotzdem genau, was sie gegenüber ihren Halbbrüdern empfindet. Wohingegen dann eben aber diese beiden, beide nicht sonderlich sympathisch einfach sind. Aegon ja vielleicht dann noch etwas menschlicher und Aemond, ja, nee, also der ist für mich einfach schon ein Psychopath, der dauerhaft auf Rache sind. Frag mich grad, wie, ob es nicht interessanter gewesen wäre, hätte man Aegon noch sympathischer gemacht, weil dann hätte man ja irgendwie auch mehr eine Option, zwischen der man wählen kann. Weil Aegon hatte sogar in Szenen manche gute Ansätze, weißt du, er wollte ja, er wollte ja auch ein bisschen mehr volksorientiert herrschen. Richtig. Was da aber direkt von Otto Hightower torpediert wurde. Genau, absolut. Ja, und das ist auch die Szene, also das ist auch eine meiner Lieblingsszenen in Staffel 1, äh, in Folge 1, wo er diese Bittsteller da empfängt aus dem gemeinen Volk, ne, da merkt man, der gibt sich da durchaus Mühe, aber auf der anderen Seite will er auch so ein, also der will so ein Crowdpleaser-König sein, ne, und scheitert dann im Grunde an diesen, diesen Gegebenheiten einfach, ne. Also, ich meine, er trifft ja da auch einfach blöde Entscheidungen von wegen, ja, ich geb jetzt einem die Schafe und wir müssen das anderen ja nicht mitteilen. Wenn der König spricht, dann kriegen es alle mit und dann werden alle vor eurer Türschwelle stehen, ne, also. Ja, halt naiv einfach, ne. Ja, natürlich, aber trotzdem mit gutem Willen, also deshalb wirklich, ich fand das auch so erfrischend am Anfang der Staffel, weil man dachte wirklich, Aegon wird jetzt einfach zum Joffrey 2.0. Nein, überhaupt nicht und man muss ganz ehrlich sagen, man hat echt Mitleid auch mit ihm. Ja, genau, also ich hab wirklich Mitleid mit ihm, also er ist mir irgendwie jetzt auch sympathischer geworden auf ne Weise. Ja, obwohl man darf nicht vergessen, was der schon auf dem Kerbholz hatte, ne. Ja, auf jeden Fall. Dienstmädchen, fahrgewaltig. Stimmt, ja. Er trifft halt auch einfach manchmal so dämliche Entscheidungen. Der ist auch ein Holzkopf. Wie mit den Rattenfängern. Ja, oh Gott. Ja, auch. Oder dass er mit dem Drachen angeflogen kommt. Ja. Also, ich finde, da merkt man, da merkt man nochmal so richtig, einen richtig schönen Unterschied, das mag jetzt ein bisschen banal klingen, aber so den richtig schönen Unterschied zu unserer Welt, zu unserer westlichen demokratischen Welt, wie dort ein Mann einfach so entscheiden kann, ja, die ganze Berufsgruppe wird jetzt dort getötet und ja, wenn, wenn es die halt nicht mehr gibt, dann, ich meine, Otto Hightower's Idee ist dann ja später ja, ich glaube, im Buch ist es so, dass er dann ja vorstellt, ja, da müssen wir uns halt Katzen in den Red Keep holen. Und dass das aber ein Mann einfach so entscheiden kann, das ist ja eigentlich, aus unseren Standpunkten ist das ja eigentlich völlig, völlig unverständlich. Ja, natürlich. Ja gut, es ist halt Westeros, ne. Ich meine, diese Welt wird ja auch nie, ich meine, die ist ja irgendwo faszinierend, aber ich glaube, ich würde da keinen Tag leben wollen. Nein, also, das ist, kommt drauf an als wer. Ja gut, aber da sind wir dann auch wieder bei Hackordnung und so weiter, ne. Ich wollte aber nochmal gern auf Rhaenyra kommen, denn ich finde, also unabhängig davon, dass ihr Plot so ein bisschen stagniert, was aber auch Teil der Handlung ist. Ja gut, also ich verstehe, dieser Frust überträgt sich auf manche Zuschauer, aber das ist natürlich dann auch irgendwo, hat auch vielleicht einen gewissen Impact, ne. Und es ist ja durchaus stimmig, warum sie so gelähmt ist in ihrer Handlungsweise. Aber ich weiß nicht, man muss bei ihr genauer hinsehen, um durchaus auch einige fragwürdige Aspekte zu entdecken. Und da denke ich vor allem an das, was sie da mit Mysaria verzapft und was so mit einer meiner Lieblingsaspekte an der gesamten Staffel ist, nämlich, ja, diese ganze Kriegspropaganda, ne. Also wie die gezielt Informationen streuen und dann eben auch diese Nummer, und das gibt's im Buch ja auch nicht, wo die diese Lebensmittel dort rüber schaffen, ne. Während das, also die lassen das Volk ja erst darben und man darf nicht vergessen, ja, das mag wohltätig erscheinen, aber letzten Endes ist das komplett perfide, weil man muss bedenken, diese Lebensmittel, diese Nahrung, die wäre in die Stadt gelangt, wenn Rhaenyra nicht wäre. Ja. Weil sie hält ja die Blockade aufrecht und nimmt das den Händlern ab und schafft es dann wiederum auf diese Schiffe, um sich dann als Wohltäterin auszugeben, ne. Also, das ist sehr, sehr perfide an der Stelle. Aber im Prinzip ist Otto auch genauso. Ja, natürlich, klar. Und da merkst du, wie beide Seiten sich ähneln. Oder sich mehr annähern auch. Ja, klar, sicher. Und gibt's so ein paar Sachen einfach bei Rhaenyra, die, da merkst du, so ganz koscher ist das auch nicht. Und man muss auch bedenken, also, bestes Beispiel, wo die, wo die diese Drachensamenbastarde einweist und denen diese Rede hält. Und da hält sie ja letzten Endes auch damit hinterm Berg, ja, theoretisch kann jetzt ja eigentlich jeder Drachenreiter werden und eigentlich hat es vielleicht gar nichts mit unserem Blut zu tun. Und warum sagt sie da wohl nur so halb die Wahrheit? Naja, um letzten Endes auch ihren Machtanspruch zu sichern. Weil das ist ja, das ist ja das Paradoxe an, an dieser ganzen Drachensamen-Idee. Äh, ja, sie holt sich da mit einer Armee und auch willige Diener, aber letzten Endes kratzt sie damit am gesamten Herrschaftsanspruch der Targaryen. Weil irgendwann werden sich die Leute dann auch denken, ja, jetzt kann ja das gemeine Volk auch auf Drachen reiten. Ja, warum, warum beherrschen die Targaryens uns eigentlich noch? Was, also warum, warum sind die die Könige? Also so ein Ulf, der kann sich theoretisch auch auf seinen Drachen schwingen und sich denken, äh, warum soll ich der jetzt hier dienen? Ich kann ja selber versuchen, König zu werden. Ja, ist ja eben auch das, was Jace halt meint, ne? Es wird ja damit versucht, äh, das zu rechtfertigen, denn gesagt wird, das sind Bastarde, also eigentlich haben die ja ein bisschen Targaryen-Blut in sich. Nur, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Allgemein so das Small Folk, wie das dargestellt wird, ich hoffe auch, da wird in Staffel 3 noch mehr draus gemacht. Dass man, äh, nicht immer nur die Häuser und ihre Intrigen betrachtet, sondern auch sieht, wie sich das denn auf das Small Folk, auf das einfache Volk eigentlich auswirkt. Also wenn das jetzt komplett vernachlässigt würde, das wäre blöd. Ja, vor allem haben sie es in Staffel 1 nicht wirklich drin gehabt. Stimmt. Und hier ist das, äh, eine Stärke. Also ich, ich muss sagen, unabhängig davon, dass diese Staffel, zweifellosen Brückencharakter, äh, also der, der hat sich für mich so immer mehr rausgeschält. So in, in, ich würde sagen, so Abfolge 5 bis 8. Unabhängig davon fand ich das wirklich eine ganz große Stärke, äh, nicht nur im Hinblick auf, also generell das Small Folk. Und zum anderen auch, äh, das, das haben auch diverse Medien geschrieben, als die, wie wir die ersten vier Folgen gesehen hatten vorab. Dieser Staffel geht es gar nicht mal so sehr ums Spektakel, sondern vielmehr aufzuzeigen, was die Auswirkungen von so einem Bürgerkrieg sind und wer als erstes darunter zu leiden hat. Und das zeigt das Ganze sehr stark auf, wie ich finde. Da, da packt sie die Leute vielleicht auch so ein bisschen bei ihrer Erwartungshaltung, ne, weil manche wollen halt eigentlich nur Drachen-Action, hab ich das Gefühl. Und ja, die haben sie auch bekommen, aber auch eher so, ja, in Raten, sag ich mal. Weil, die, die, die Staffel, die will durchaus auch was erzählen, auch mit Bezügen, äh, hin und wieder auch, äh, ja, zum reapolitischen Geschehen, sag ich mal, ne. Ja, ich dachte mir auch so ein bisschen, das hab ich mir auch als Punkt aufgeschrieben, weil ich, ich hab ganz oft jetzt so ein paar Stimmen gelesen, dass die voll unzufrieden mit der Staffel sind und halt eben auch mit dem Finale. Und da denke ich mir halt auch, und das war ja bei The Boys auch ähnlich so, ne. Also, dass es auch eine Staffel jetzt, die vierte Staffel jetzt auch eine Staffel ist, die quasi eigentlich, okay, die läuft eigentlich noch mehr auf der Stelle jetzt als House of the Dragon. Okay. Und die bereitet aber auch sehr viel die finale Staffel vor, eben auch durch sehr viel Charakterentwicklung und sowas. Ja. Und da hab ich mich auch schon gefragt, ist es vielleicht mittlerweile so eine Tendenz von uns, dass wir auch wirklich einfach immer diese Sensation haben wollen und auch wirklich immer jede, jede Folge, weil das ist ja das, was ich gerade gelobt habe an Staffel 1. Und jetzt fange ich gerade zu hinterfragen, ob es vielleicht immer diese Sensationsgeilheit in Anführungsstrichen ist, dass immer irgendwas Krasses passieren muss und wir sonst richtig unzufrieden sind. Also, da frage ich mich auch so ein bisschen, vielleicht sollten wir uns auch als Zuschauer so ein bisschen hinterfragen und wie unsere Sehgewohnheiten mittlerweile alle sind. Durchaus, ja. Ja. Wir können dann aber, glaube ich, noch so drauf kommen, also ich meine, diese Montage, die verspricht ja sehr, sehr viel für Staffel 3 und auch, dass es jetzt so eigentlich erst wirklich losgeht, ne? Und dass wir nicht wahrscheinlich eine Staffel nochmal Piano-Aufbau-Setup und Diplomatie haben werden. Äh, was erwartet ihr euch denn jetzt so von der dritten Staffel ausgehend von dem, von dem Trailer? Hat der euch heiß gemacht oder eher so, oh, kommt erst in zwei Jahren? Nee, Bock hab ich schon. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich glaube, ne, ich denke, jetzt ist der Punkt, wo ich dachte, wo wir Anfang Staffel 2 sind, kommt jetzt. Der Punkt, wo es jetzt richtig knallt. Ja, es wird ordentlich knallen, das kann ich schon mal sagen. Valentin, wie ist es bei dir? Dem kann und muss ich mich eigentlich nur anschließen, also ich finde jetzt und so die Fronten absolut gehärtet, es gibt kein Zurück mehr, überhaupt nicht, auch zum Schluss nicht, wo die letzte Möglichkeit noch ausgeschöpft versucht wurde von Alicent, ist ja jetzt klar, nein, der Krieg ist völlig unausweichlich, die Armeen sind vorbereitet, interne Konflikte wurden, soweit es geht, beseitigt. Ja, also Damon, ganz traurig, den Braten da immer noch nicht, muss ich auch sagen, ob er nun komplett loyal ist, aber auf der Seite der Greens haben wir jetzt die wichtigen Figuren hingestellt und ein paar beseitigt, die für den Krieg vielleicht nicht so geeignet waren. Und ja, jetzt hoffe ich, dass es dann wirklich richtig zur Sache gehen wird in Staffel 3 und dann der letzten ja leider schon. Ich finde, ich finde, das ist ein bisschen schade, dass es dann ja schon mit Staffel 4 enden wird. Mhm, ist ja mittlerweile bestätigt, ne, und Ryan Conde lässt auch durchblicken, dass auch Staffel 3 und 4 verkürzt sein werden auf 8 Episoden und da muss ich sagen, da mache ich mir ein klein wenig Sorgen. Muss ja sagen, also hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, glaube ich, das ist ja schon wieder eine Weile her, insgesamt finde ich die Staffel ja auch eigentlich wirklich richtig gut und gelungen. Und dass es jetzt so ist, dass die unbedingt diese großen Events braucht, um zu funktionieren, im Großen und Ganzen, so ist es ja nicht. Und dagegen gibt es ja ganz viele Serien, die leider kaum was zu erzählen haben und irgendwie um die Story rum zu euren Versuchen. Ja, da hast du es nochmal erwähnt, eine Serie, die eigentlich nichts wirklich zu erzählen hatte. Also sowas haben wir ja zum Glück nicht, sondern eben wie du schon sagtest, Dom, eine Staffel, die vieles vorbereitet, insgesamt aber auf eine wirklich gute Weise, würde ich als Fazit auf jeden Fall sagen. Irgendwo hatte ich gelesen, ich glaube, auf IMDb hatte jemand geschrieben, es ist eigentlich ein Setup für ein Setup am Ende. Also nicht nur die ganze Staffel, sondern vor allem auch das Staffelfinale, weil, also man hat ja den Eindruck bei dem Staffelfinale die ganze Zeit, dass da ein Höhepunkt aufgebaut wird und dann guckt man aber auf den Timer und denkt sich so, was kommt denn jetzt hier noch? Und dann ist es einfach zu Ende. Und da merkst du auch, hier waren ursprünglich mal zehn Episoden geplant, weil das Staffelfinale, das ist kein Finale, das ist eine Folge 8, auf die keine Folge 9 und 10 folgt. Ich hab auch so im Nachhinein gedacht, wenn ihr euch mal an die zweite Staffel Game of Thrones erinnert, da habt ihr ja auch erst den Aufbau dazu, dass Stannis nach King's Landing kommt und die Schlacht auf dem Schwarzwasser. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet dieses Setup dafür und die Schlacht am Schwarzwasser kommt aber erst in zwei Jahren. Und so fühlt sich das an. Ja, 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 das wäre, das hätte sich nicht so geil angefühlt. Stimmt, ja. Ja, es ist das, ja. Naja, also Folge 9 hätte dann halt die Schlacht auf der Gurgel gezeigt und in Folge 10 hätten wir wahrscheinlich auch noch einen einschneidenden Charaktertod erlebt. Also eigentlich alles, was man sich so von einer Staffel wünscht und dann auch, ne. Ich mein natürlich, das könnte man jetzt ins Feld führen, die finalen Folgen Game of Thrones, wenn ihr jetzt mal so wirklich überlegt, die zehnten Folgen, die sind eigentlich, also klar, es gibt auch welche, die ein Höhepunkt sind, vor allem in Staffel 4 oder auch allen voran Staffel 6, das beste Staffelfinal, The Winds of Winter. Aber die meisten Staffelfinal-Folgen von Game of Thrones waren eigentlich immer eher nur so Aufbau oder Übergang in die nächste Phase. Und der Dampfhammer war halt immer so Folge 9 und ja, die fehlt jetzt dir halt und deshalb haben wir nur Folge 8. Ich bin da auch, muss ich sagen, ein bisschen in Sorge, wir hatten ja gerade eben schon drüber gesprochen, dass, ja, wahrscheinlich jetzt nur noch 16 Folgen anstehen und ich bin mir da nicht sicher, ob sie, weil sie jetzt wirklich auch in der Staffel hier in Anführungsstrichen viel Zeit verplempert haben, ob sie da eventuell in dieselbe Falle tappen könnten wie Game of Thrones, sprich, dass man sich am Anfang ein bisschen zu viel Zeit genommen hat und dass das am Ende immer mehr durchgerusht werden muss. Das ist auch so eine kleine Befürchtung von mir, ja, dass da so dieser D&D'sche Geist durchkommt, der jetzt versucht, alle losen Enden noch auf die Schnelle zurechtzuerzählen. Naja. Aber man hat sich doch bewusst dazu entschieden, jetzt nur vier Staffeln zu machen. Also hoffe ich ja mal wenigstens, dass man da schon immer so ein grobes Layout auch schon mal hat. Das haben die durchaus. Allein schon wegen der Buchvorlage, ja. Ja, ja, genau, richtig. Und ja, hier wissen sie ja wenigstens, worauf sie zusteuern. Das ist ja schon mal was wert, also. Ja, ist schon mal ein Unterschied. Also bei Benioff und Weiss war das ja so, ich meine, ja, die haben fragwürdige Entscheidungen getroffen, aber ich konnte deren Frust auch irgendwann nachvollziehen, weil die haben letzten Endes nur so Meilensteine vorgeworfen bekommen von George R. R. Martin. Und ja, jetzt guckt mal, wie ihr da selber hinkommt. Hier, das, das und das und das wird noch wichtig, aber den Weg dahin, den findet ihr selber. Also das ist ... Eine undankbare Aufgabe. Ja, auf Dauer wirklich undankbar. Also dass die dann irgendwann auch eine gewisse Lust und ich nehme an, die werden auch immer den Druck gespürt haben. Aber hier geht's jetzt auch nicht um Game of Thrones. In jedem Fall werden wir jetzt erst mal wieder zwei Jahre warten müssen. Also es ist ja schon jetzt ... Also Staffel 3 und 4 werden ja definitiv kommen. Mit Staffel 4 wird alles enden. Staffel 3 wird ab, ja, frühestens Januar, Februar 25 gedreht und ich denke mal, es wird dann auch wieder bis Sommer dauern. Also bis Sommer 26 und 28 wird dann wahrscheinlich dementsprechend das Ende sein. Ja, ich freue mich drauf. Absolut. Und ja gut, wir kriegen ja auch noch ordentlichen Nachschub. Also ich bin zumindest gespannt auf Hedge Knight. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt überhaupt, was da kommt. Ich habe es optisch auf meinem Schirm, weil ich gerade nicht in meinem Zimmer hier aufnehme, sondern in dem von meinem Bruder. Und mein Bruder hat alle oder fast alle Bücher hier bei sich stehen und ich sehe den Heckenritter von Vestors auch dabei. Worum es darin geht, keine Ahnung. Ja. Null. Habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Lasse ich mich dann auch einfach überraschen. Also ich habe es auch nicht gelesen tatsächlich. Es sind ja Kurzgeschichten, die jetzt so in jeweils sechs Episoden erzählt werden sollen. Eine Staffel ist dann praktisch eine Kurzgeschichte und es sollen insgesamt drei Staffeln werden. Ist ein ziemliches Herzensprojekt von George R. Martin. Aber das wird tatsächlich auch ein bisschen leichtgewichtiger. Das wird eher eine Abenteuerserie. Man kann es, glaube ich, echt so ein bisschen, also es ist oft umschrieben worden mit The Mandalorian in Westeros. Also ein sehr, sehr ähnliches Konzept, dass wir eben einen Ritter haben, der mit einem Knappen durch die Gegend zieht, der ein kleines Kind ist und in Wahrheit von sehr, sehr hoher Geburt. Ich will das jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber da werden wir auf jeden Fall nicht großartig Intrigenspiel oder sonst was sehen. Das wird ein bisschen leichtere Kost. Und ich muss sagen, ich freue mich da drauf, weil man dann auch wirklich mal einiges, glaube ich, von der Welt sehen wird. Also wenn man jetzt so eine Referenz in Game of Thrones finden müsste, das könnte eine ähnliche Dynamik werden wie zwischen Arya und dem Hound beispielsweise. Okay. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich an sich schon Bock drauf. Ich bin eh gespannt, was da so in den nächsten Jahren noch kommen wird, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, jetzt so mit den Jahren, also wenn man jetzt überlegt, nächstes Jahr Hedge Knight, dann im Jahr darauf House of the Dragon Staffel 3. Ja, wir werden schon ordentlich Content kriegen in den nächsten Jahren. Ob dann so da irgendwann die Marvelisierung und dann auch die Fatigue einsetzt, bleibt abzuwarten. Also natürlich schlachten sie das Ganze aus. Das liegt auf der Hand. Aber ich muss gestehen, HBO macht dabei bislang einen wirklich guten Job. Also die Greenlighten auch nicht jedes Projekt. Und wenn man jetzt überlegt, also überlegt mal, 2019 ist Star Wars zu Ende gegangen, zumindest was Kino angeht. Überlegt mal, wie viele Star Wars Serien wir seitdem haben. Und dann überlegt mal, 2019 ging auch Game of Thrones zu Ende. Und bislang haben wir ein einziges Spin-Off, was jetzt in die zweite Staffel gegangen ist. Oder wo jetzt die zweite Staffel rum ist. Das ist jetzt sehr, äh, ja, aufschlussreich, würde ich sagen, wenn du das mal so gegeneinander, gegenüberstellst. Ja. Ja, das lässt tief blicken, muss ich sagen. Was da auch für Gedanken hinterstehen, wie man am besten die Fans zufriedenstellt. Qualität über Quantität. Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen. Vielleicht wird sich da auf der einen Seite ein bisschen mehr auf Quantität ausgeruht. Und auf der anderen Seite wird sich ein bisschen mehr Gedanken auch gemacht. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommen wird. Also es sind ja, es sind ja auch noch einige andere Spin-Offs in der Entwicklung. Darunter zum Beispiel auch eins zu Aegon, dem Eroberer. Mhm. Das wäre interessant. Das ist wirklich, äh, da würden wir sehen, also nur mal als Teaser für dich, Melanie. Da würden wir sehen, wie Aegon, der Eroberer, Harrenhall einäschert. Und es wird ja ständig über ihn gesprochen auch. Ja, ja. Und es gab ja auch schon mal Wünsche, dass Henry Cavill perfekt wäre für die Rolle. Und ja, warum nicht? Oh. Interesting. Aber das ist noch in Entwicklung, also auch noch ein paar andere, was aber definitiv eingestampft wird. Und da bin ich sowas von dankbar für, ist die Jon Snow Serie, die ja mal angekündigt war. Stimmt. Die brauche ich auch nicht wirklich, muss ich sagen. Wer auch immer die sehen wollte, ich nicht. Nein. Ich habe letztens irgendwas gelesen, dass Kit Harington in einem Interview gesagt hat, dass er irgendwie nicht House of the Dragon jetzt guckt und auch generell nie wieder Game of Thrones gucken will, weil er irgendwie so... Mhm. Frustriert ist. Also, es wird irgendwie davon gesprochen, dass er sehr im Konflikt mit seiner Rolle ist. Mhm. Weil voll viele ihn immer mit Jon Snow in Verbindung gebracht haben und er dann irgendwie so ein bisschen das Problem hatte, dass Leute halt wirklich gedacht haben, dass er vom Charakter her Jon Snow ist und dass ihn das irgendwie wie Danny Radcliffe und Harry Potter auch so ein bisschen fertig gemacht hat. Habe ich zumindest gelesen, so ein paar Vermutungen, oder dass er das mal irgendwie erzählt hat. Mhm. Fand ich ganz spannend. Okay. Vielleicht aber auch eben, ne? Also, warum wurde die denn eingestampft? Äh, naja, also er hat gesagt, es ist auf Eis gelegt, äh, letzten Endes. Auf Eis gelegt. Haben sie nicht... Ja, wie sein Schwert. Genau, genau, ja. Ja, das Schwert Eis hat jemand anders hier. Stimmt. Äh, der auch noch eine Rolle spielen wird, Gregor and Stark. Aber, äh, die Serie wurde auf Eis gelegt, weil, naja, also, Kate Haring hat zwar nicht so direkt gesagt, aber anscheinend hatten sie keine Story. Also, die wussten nicht, was sie erzählen sollen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nicht scharf drauf hinter eine Serie, äh, auf eine Serie, die eigentlich nur hinter der Mauer spielt und wo Jon Snow halt im Schnee sitzt und darüber trauert, dass er zwei Frauen verloren hat. Und, ah, ja, sein Schattenwolf ist da und, ach Gott, ey, wirklich, also, Jon Snow, ich bin eh nicht der größte Fan, lass den einfach ziehen. Wirklich, also, ich will einfach auch kein Sequel zu Game of Thrones, das kann nichts werden. Das find ich dann ja aber schon irgendwo fast frech, so ein bisschen, dass man uns erst verspricht, ja, da kommt was um ihn und es wird sich aber noch nicht mal überlegt, was wollen wir denn eigentlich erzählen? Erstmal nur die Ankündigung, ja, um diesen Charakter wird es jetzt gehen und was wir da erzählen, ja, pff, keine Ahnung. Das war auch, das wirkte auch wirklich wie so eine Schnapsidee von, von Kate Harrington, ganz ehrlich. Also, äh, Hauptsache, das, das kommt niemals. Also, ich, also, das wär, glaub ich, die erste Westeros-Serie, die ich nicht, äh, gucken werde. Also, dann ... Hä, das find ich jetzt in Anbetracht dessen, dass er ja irgendwie jetzt so zu Game of Thrones und House of the Dragon steht, halt sehr interessant, ne? Ja, das ist, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat er auch gemerkt, dass, äh, ich mein, seine Karriere läuft ja seitdem jetzt auch nicht mehr so rund. Also, ich glaub, er war doch in Eternals, wenn ich das richtig weiß. Ich mein, ich guck ja kein Marvel mehr. Doch, war er. Und ich glaub, er sollte eigentlich auch groß aufgebaut werden, aber alles, was mit Eternals zu tun hat, ist jetzt irgendwie auch total auf Eis. Ja, was ein Zufall. Jon Snow liegt auf Eis, ja. Ja, was, was ich ein ... Schon wieder. Was ich ein bisschen schade finde, so jetzt rückblickend, also, ich mein, ich hab mir da auch erst gesagt, was wollen sie erzählen, aber ich wurde hier, äh, in einer Szene, in der dritten, äh, Folge, äh, wenn ihr euch erinnert, da wird ja Flea Bottom gezeigt, also Flohloch. Und da ist ja eine, eine ziemlich lange Plansequenz, wo wir auch Ulf zum ersten Mal kennenlernen und da fand ich die Vorgänge innerhalb von Flea Bottom echt interessant. Also, wie da halt aus diesem Drachenmobile wieder so ein, so ein Geldsäckchen rausfällt, wie das weitergereicht wird, so unter der Hand und dachte ich mir so, eigentlich wär das doch schon ein geiler Schauplatz mal. Ob jetzt für eine ganze Serie, sag mal, dahingestellt, aber irgendwie würde ich da gerne mehr von sehen, was so in diesem Viertel noch abgeht. Und mit, äh, Hinblick auf weitere Spin-Off-Serien, alles, was da vielleicht noch kommen mag, muss ich sagen, dass, äh, ja, mich tatsächlich die Sachen, die ich hier jetzt so, äh, sehe, mich, naja, bin ich etwas verhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ähm, was ich spannend wäre, wären mal so kleinere Einblicke oder gegebenenfalls auch größere explizit auf, in verschiedene Häuser nochmal. Die vielleicht sowohl in Game of Thrones als auch in House of the Dragon ein bisschen zu kurz gekommen sind. Was heißt zu kurz gekommen? Zum Beispiel bei den Boltons, ja, die haben zum Beispiel eine sehr tragende Rolle gespielt in Game of Thrones auch. Ähm, ähm, aber zum Beispiel deren Geschichte, so mit den Starks, wie die sich untereinander mal gebettelt haben, dann von den Starks unter die Knute gezwungen wurden. Ja, sowas zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein schönes Spin-Off abgeben würde. Das wäre jetzt so das Erstbeste, was mir einfiele, äh, woran ich, glaube ich, Spaß haben würde, ja. Ja, Melanie, hast du noch irgendeine Spin-Off-Idee, was du gerne sehen würdest? Äh, ich glaube, jetzt aus einem Stehgreif kann ich keine jetzt pitchen. Ja, ja, ich, ich habe ja schon mein Traumprojekt gefunden mit, äh, Nine Voyages, also die Corlys Velaryon-Serie, die ja nur animiert sein soll, aber die ihn auf seinen neuen Seereisen zeigen wird und sehr, sehr entlegene Orte, äh, besuchen wird. Also jede, jede Woche praktisch neuer Hafen und neues Abenteuer mit Corlys und, äh, falls es noch nicht aufgefallen ist, ich bin Corlys-Fan. Also ich finde den, es ist, ja, der, 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 der ist so großartig, der wirklich, da möchte ich, ey, komm, ja, nur in Animationsform, scheißegal, ich will, das sind wirklich, das sind entlegenste Orte, die in Game of Thrones nur mal mit dem Namen erwähnt werden, die wir da sehen würden, also, ah, HBO, gibt grünes Licht, wirklich. Aber wofür ich jetzt, glaube ich, grünes Licht geben kann, ist dieser Podcast hier, der wirklich richtig lang geworden ist, also eigentlich hatte ich mir gesporen, dass ich zumindest unter drei Stunden bleibe, vielleicht kriege ich es hin. Ich danke euch auf jeden Fall, äh, sehr herzlich, war echt ne schöne Runde, äh, auch mal, äh, einfach hier, um mal neue Impulse zu machen, zu geben, Melanie, ich hätte dich, glaube ich, echt gern bei einem Recap dabei gehabt. Aber ich glaube, aber ich glaube, das hat mir hier schon gereicht, ne? Ne, ich meine, ich hatte jetzt von vorne bis hinten Spaß und ich fühle mich eigentlich noch lebendig, also, eigentlich, vielleicht hätte ich es überlebt. Wir können ja noch eine Stunde weiterreden. Ähm, nein, äh, ihr habt, wir haben alle auch noch irgendwie ein Leben, äh, Valentin, natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, ich bin echt froh, dass das geklappt hat, äh, äh, Zumindest hoffe ich, dass ihr das hier hören werdet, wenn, äh, die Spur im Kasten ist. Vielleicht werden wir dich ja irgendwann noch mal dazu holen, mal schauen. Da wäre ich, denke ich, jederzeit, nahezu jederzeit gerne, sehr gerne bereit. Ich meine, man merkt ja auch einfach gar nicht, dass das jetzt sein Podcast-Debüt war. Es wirkte überhaupt nicht so. Ach, danke schön. Das haben wir gar nicht angemerkt, Kudos, wirklich. Also, ich. Doch, du hattest es, glaube ich, ganz zu Beginn, hattest du es. Ja, stimmt, ja. Ja, ist gut möglich. Aber kannst du auch rausschneiden, dann wird es vielleicht noch souveräner, was weiß ich nicht. Du glaubst gar nicht, was ich von mir alles rausschneiden muss. Und ich bin seit, seit fünf Jahren mittlerweile Podcaster oder so noch länger. Aber ich war gerade schon bei Danksagungen. Ja, äh, vielen Dank natürlich auch an euch da draußen, äh, die, äh, sich Woche für Woche, also wirklich erstaunlich viele wollen sich anhören, wie Leute über drei Stunden, teilweise vier Stunden über House of the Dragon reden. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Danke euch. Ja, und ich, ich brauche jetzt erstmal Schnitturlaub. Ähm, danke aber natürlich auch an, äh, alle anderen, äh, die, äh, ja, sich bereit erklärt haben, sich hier vier bis fünf Stunden mit mir hinzusetzen dafür. Das wären einmal Sven, Paul, Manuel, David und natürlich auch, äh, trotzdem danke an die Kolleginnen, also MJ und, äh, Theresia, die ja zumindest Lust gehabt hätten, inklusive Melanie, vielleicht doch, vielleicht nicht, irgendwann mal. Oder zu Rings of Power, je nachdem, wenn du es guckst. Oh jee. Wahrscheinlich nicht mal Staffel 1 zu Ende gesehen, ne? Nein. Doch, doch, die habe ich zu Ende gesehen, unter großen Qualen. Oh, okay, dann gehörst du zu den weniger als... Kann ich mich nur anschließen. Ja, ich, ich gehöre auch zu den weniger als 40 Prozent, die es zu Ende geguckt haben. Und natürlich auch noch vielen Dank an, äh, insbesondere auch nochmal an Manuel, äh, für die, äh, ganze Cover, Grafikgestaltung, also die hat er zumindest am Anfang noch gemacht, später dann ich. Und natürlich auch großen, großen Dank an unseren einzig wahren Chef Andi, äh, nicht dafür, dass er The Voice besprochen hat, sondern dass er mich das hier hat machen lassen, in dieser bestialischen Länge auch noch. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht, äh, oder hören wir uns ja, äh, in der einen oder anderen Form wieder bei Rings of Power, äh, wo ich dann vielleicht ein bisschen verhaltener mich äußern werde. Oder, aber wer weiß, vielleicht wird die Staffel ja, also, soweit ich weiß, soll es da eine Schlacht geben über zwei Episoden hinweg. Oh. Da muss sich House of the Dragon vielleicht hinter klein machen, wer weiß, oder auch nicht. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Ende und, äh, bevor das Ganze jetzt hier doch noch auf die Drei-Stunden-Marke kommt, sage ich schon mal, äh, Valamorghulis und, äh, übergebe das letzte Wort an meine hochgeschätzten Gäste. Macht es gut. Und ihr kloppt euch jetzt drum, wer zuerst sich verabschieden darf. Äh, äh, ich bin einfach mal so frei und, äh, klaue einer gewissen Filmkritikerin, die hier auch schon ein, zwei Mal, äh, ja, oder auch etwas mehr Mal zu Gast war, einfach mal frech weg die Verabschiedung und sage einfach, ich wünsche euch an der Stelle noch einen sehr angenehmen und einen sehr schönen, nein, das müsste umgekehrt sein, Tag und sage Tschau. Ja, ich sage auch an der Stelle Tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.